Oh, der Bub hat sogar eine Shotgun mit dabei. Wäre ja fast gefährlich worden. So. Okay, dann. Let's fly this thing. Tschö. Oh, Mann. Cousin, wie geht's? Ich bin in der Gentleman's Club. Ich denke, dass du wirklich in das in das ist. Komm her! Ich weiß nicht, ob du es hörst, Roman. Aber ich bin im Helikopter. Ja, das ist die verrückte Sache, die ich habe, nachdem du mich zu erinnerst hast, nachdem du mich zu Michelle... ... oder Karen... ... oder was auch ihr Name wirklich ist. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! All ich weiß ist, dass sie Freunde haben mich bei den Ballen. Sie haben mich bei den Ballen. Sie haben mich bei den Ballen. ... oder was ich hier bin. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ähm, da! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Gut, doch keine Tittenbilder von Roman! Oh, der... So, das einzige, was wir hier haben, ist das. Und dann wählen wir das auf 2. Was ist denn jetzt? Oh, guck mal, die Klappe jetzt. Oh, da ist er mich reingefahren. Okay. Oh, Mann, ey. Ach, das ist mir jetzt egal. Es ist so hirnvoll. Oh, das ist so hirnvoll. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Ja? You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun, good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Hmm. Focus. All we've ever been is bitches. Working for guineas, working for niggers. Any asshole with a buck, a whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah. Wine and women as quick as possible. And remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. Man, you're down-friendly. Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Then you'll go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Inchin Avenue. Get it? Give me a call. You know, Pac, it was right for once. I'm glad you're on board. Okay. Okay. My car must be on the other side. Oh, well, he's got parked. Sure. Das ist gut. Hallo, nicht da lang laufen, nicht da lang laufen. So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this. You ain't got a gallon of whiskey in your system, and besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Hey, number 55 FPS, what's going on? Not so much, man. Stell gerade fest, die Karre hat keine Rücklichter. Ah, der macht automatisch das Licht an. Ich kann uns Fernlicht bei einem Trächtigen. Hoppla. Schade. Die Karre legt. Nehmen wir hier was schnelleres. Die Karre legt. Wow. Ah, ne. Quatsch, ja. Ich muss ja hin. Ich bubblegum. Ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ey, die entлом. Ich bin. Du hast dir dich'n? Ein bisschen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. also so ein verkehrsregeln halte ich sie auch nicht ja Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich bleib ja zurück. Und wenn der vorhin in die Reisen steigt, dann brauch ich halt auch ein bisschen Reaktionszeit. Und wir haben wieder Menschen im Stream, die eine unleserliche Sprache schreiben. Ja, schön. Kann kein Mensch lesen. Wie oft will der mich noch sagen, weil der Bot da vorne einfach von in die Eisen steigt. Kann man zufahren nach vorne. Ja. 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 und dann möchtest du lieber in dein auto einsteigen statt nachzuladen hey 9000 kann man sich mal rein ja ja schatze In 800 Yards, was eine Untermenscheneinheit. Kein Mensch mit in Yards. Wie mehr sind die Zentimeter und Meter? Hey, Nico! Ray! Take a seat. Danke. So! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, siehst du wie eine Scheiße. Was ist falsch? Nichts. Ich habe noch nicht ins Bett. Ich habe eine Kriste zu schreien. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gib mir eine Pause, okay? Ich fühle mich wie eine Kriste. Hey, hey, hey! Was? Es ist weil ich mich. Du kennst das. Ja, ich kennst das. Jetzt. Was ist das? Es ist der Eis. Ja, sie haben es. Sie haben es, wo du gesagt hast. Das ist, warum ich hier kam. Kann ich hier eine verdammt Kaffee? Ja, du hast hier wirklich gesehen. Du könntest wirklich etwas verdammt Kaffeein nehmen. Ich bin hier verdammt Kaffeein. Ich bin hier verdammt, nasshole. Ich fühle mich wie der Tod. Okay. Okay. Hey. Sugar. Komm hier. Oh, this will be all the salt. Okay. gоров. Birthday. Das Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Hey, wehe. We're out of here. We're out of here. We're out of here. Okay. 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 Boom. Okay. Why. Okay. 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 Ach, als ob. Und ja, alles, was ihr hier seht, ist Ketchup, also Blut, keine Ahnung, Ketchup und Himbe-Marmelade, sonst wäre das Spiel noch ab 18 und so. Hey, er hat 500 Dollar draufgeschlagen. Ein Handy ist gerade umgefallen, wobei, das brauche ich eh nicht mehr. Ich kann eigentlich wieder schlafen gehen. Geh mal kurz noch da runter. Oh ja, wieder eine Rampe, ich höre wieder eine Rampe. Wollt ihr, wollt ihr mal in ein Taxi rein? Nee. Wir bringen uns eigentlich in der Regel gerne in Selbstschub. Jakob, der Raster? Don't ask unnecessary questions. I want you to take out this guy's chopper. He was last fighter in Varsity Heights. No submission casualties. Boah. Ist das gemein. Boah, hab ich schwirisch angemacht. Am 11.01.2011.2011.00. Müsst hinkommen, am 11.00.2013.00. Müsste ich nochmal nachgucken. Eins von den beiden Tagen raus. Also aus der Probezeit bin ich schon raus. Jetzt mal abbiegen. Du hast den Melfer, der ist ein Geburtstag. Sein Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Das interessiert mich jetzt wirklich. Moment, ich gucke noch. Nee, das Ausweis, da ist Füchscher. Nein, das ist der 12. Am 12.01.2011. So. Ja, mein nigger. Ja, ich bin nigger. Ja, nigger. Ja, nigger. Rock'n Lancer. Bo. Rock'n Lancer. I don't like being in this man's pocket. Yeah, not but butter, butter. Ba-da-ba-da-boom. Wasn't it? Was ist das? Damian, da-ba-da-ba-bra-da-do. Das ist das Wushu ر�ko, es ist Mischen. Und da-ba-da-boom. Aber nicht to dunno. Und da-ba-da- dynam 작 ist oder nicht to殺en das? Und da, auch wenn da mit mir. Weil Lisa mit ganz am Campus ist. Und da hat mein Leben auf ihn versuf Rossmann. Und da ist das Wójhonnende. Und dazu Perdontes. Und heute gonna und da sein Aid mir. Die macht manchmal, das dijoacker im Llam utiliser zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist so abartig nervig. Ja, wir wissen, dass er da fliegt. Das ist so abartig. 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 Hoppla. Das ist so abartig. Hoppla. Hoppla. Merk. Das ist so abartig. Das ist so abartig. I told you. Das ist so abartig. 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 Und mal wieder. Und mal wieder. Das ist so abartig. 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 Ich bin extra er cries mä vale ΤοIF. Scheiße, ich bin extra grainsög cardioid geworden. Du musst dich insgesamt erinnern. ja lassen wir die mal ein bisschen weg da haben wir es noch ein bisschen also mit dem schenken tempo kann er leider vor keinem flüchten oh please don't shoot me again I know you she's true enough wasn't it ever here das ist irgendwie gemein dass sie gleich die bohlen hier anrücken ja 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 na, natürlich haben die mich gesehen Säcke. Ah, Glück gehabt. Nur 6500, der Taliner zahlt besser. Okay, dann haben wir noch eine Reins übrig. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Wir sind sicher. Niko! Niko, mein Mann. Schön zu hören. Schön zu hören. Ich spreche mit dir. Darin, du okay? Bucky und diese Mannschaft sind tot. Was? Entschuldigung. Bucky, tot. Gut. Ja, wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir leben. Mögen. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Wir leben. Ich spreche mit dir, wenn du zurück bist. Wir leben. Ja. Komm, wir trotzdem wird. Beep, boom. Beep ist mit einer Verheißung, was ist das für ein dummer Taxi-Fahrer? Mal gucken, dass die mir nicht gleich in die Fahrbahn fahren. Der muss Johannes, dass du noch wach bist. Beep, boom. Beep, boom. Beep, boom. Beep, boom. Beep, boom. Beep, boom. Oh, da ist er. Hallo, hazi-mauzi. Ich weiß nicht über das. Also, wie geht's dir? Alles gut, ja? 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 Cage! Ja? 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 Da finde ich so'n Lambo oder so'n Ford GT besser. Jetzt habe ich Biker-Outfit an. Alles klar. Oh je, oh je, oh je, ich fahr' lieber mal hier. Was? Wer traut sich FIFA? Kein Mensch will FIFA. Machst du drüber frei. Ja. Hallo Herr Pulitz. Das ist nichts zu niemandem, der es nicht verdient hat! WTF? Wir gehen zu den Mattressen für sicher! Hoppla! Ne, viel witziger ist der Vortransit! Das Moppet ist ja grausam! Ein Vortransit mit DHL Lackierung oder so! Uppsala! Hey, der wurde von ihm ganz klar erwischt! Danke! Was ist das? Ja, Bedürfn & Spahn! Hey, ihr seid ihr? Ja, ja, ihr seid ihr? Wir müssen uns dann noch mal sein! Oder irgendwas hat der mit der Mopedsteuerhung, das Motorrad hält sich wie so auf einer Eisfläche zeitweise. Ich weiß nicht, ob das auch glitscht. Ich weiß nicht, ob das auch glitscht. Lieber mal nicht die Rambe nehmen. Warum steige ich ab? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Moped, das mag keine hohen FPS zu haben. Wahrscheinlich hat GTA 4 Probleme zeitweise mal mit manchen realistisch sprechenden Sachen, wenn man zu viel FPS hat. Oder keinen Foulsing verwendet. Muss ich ihn eigentlich umniedeln? Und nicht vor einer halben Stunde hinter dem Herd. Okay, das hätte auch schneller funktionieren können. Und da haben. Na, zu, zu, zu. Wechselt hier keine Ahnung. Franky Garone, über den Fischern. Niemand, der sich kommt, würde ich beschreiben die Albanien du auf den Eiser hast. Das war's. I'll let Jerry know about it. He'll cut you in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, but the cops might knock out my door anymore. Take me in the pen. Good luck with that, Jerry. Please, look after my family. I'll go inside. You have arrived. Oh, now he's on his boat. First of all, completely deep on the boat. And now on the boat. Oh, now let's go to Kimi's boat. Kim.com or Kim? No, no. A country with a boatload of fake hundred dollar bills. As long as the ones he's paying us with are real, it doesn't matter. I owe you an apology, Nico. I was dosed when you told me you killed Bucky and his boys. Yeah, you were out of it. I haven't felt safe since Aiden O'Malley went inside. Who's Aiden? Me, Bucky, and Aiden. We all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, Nick. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talk. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who listens. You Park's boy? Yes, I Kim. You dedicated? Yeah, welcome to America. We'll meet your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. And what? See you back in there. I'm running my rear on my eye, you can watch watch your videos. It's pretty good. And if you don't want to look at yourself, and watch the stream, then... Du musst du sitzen bleiben. Du musst schon sehen. Hoppla. Dem sein Miniboot kann aber ganz schön schnell fahren. Das war's. Das war's. Check right, Miniboot! Ah, Raketenmeerf habe ich jetzt leider nicht dabei. Ja, wir sind in der fucking Airborne-Kavalerie, neben uns auch. Wir haben einen Rokkenlauncher mit uns. Wir haben einen Rokkenlauncher? Wir haben einen Rokkenlauncher. Es ist in der dritte. Entschuldigen Sie den Chopper mit ihm. Ich bin der Boot. Awww. 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 Wie wissen wir hier? Ich weiß nicht. Ich sagte mein Dealer, ich habe es gut für die Geld. Ich habe ihn. Vielleicht ein paar Leute in der Pub haben wir auch Geld bekommen. Sie sagen nichts für eine Verkaufung. Ich weiß nicht. Es könnte ein Verkaufung. Oder Verkaufung. Du bist wie meine Mutter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, oder? Wie ist das? Du bist angst. Du bist angst. Ich bin es. Stefan nosferiert wieder. Sollt uns darauf hin. Ich weiß nicht. Du bist angst. Du bist angst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Boah, Alter, diese Bremsen. I gotta be in touch with you about the cars he needs to mount. Did you catch my meaning? Sure, I have an ability to find stuff. If the price is right, get in my number. Oh, man, you are the boy. I'll call Stevie. Or, 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 or... Will in this country do they let blind people drive? Ich hätte jetzt mal tatsächlich interessiert, wie mich das Navi schicken wollte. Wollte mich jetzt ernsthaft zweimal um den Blockraum schicken, um die Baustelle zu fahren, anstatt einfach wie gestillt gerade auszuballern und dann einmal hier kurz mitzufahren. Aber so ist es in der Richtung unglaublich. Die Baustelle zu fahren und die Drogenkirche sind, mit ihren Barschern und die Barschern und die Barschern und die Barschern. Ja, Baby, ich werde da in ein wenig Zeit. Okay, hör mal, warum nicht das Pink-Ting? Ja, ja, das Pink-Ting mit den kleinen Feathers auf dem... Ja. Ich muss gehen, ich muss gehen. Nico, komm in. Okay. Wo du bist du denn? Sorry, du kennst dich wie es ist. Ich weiß wie es ist. Ja, ich weiß, wie es ist, mit 2 Millionen Dollar wertvollen Eis, wartet, um zu hochzuholen, wenn du das meinst, Brains. Wollt ihr folgert? Nein. Das bedeutet, ich glaube nicht. Es ist ein Land fuller Rats, also wer weiß. Was ist passiert? Was ist so urgent? Ich brauche, dass du dieses Eis für mich auslösen. Also, was sollst du für mich tun? Was soll ich für dich tun? Ich schaue nach dir. Ich brauche nicht, ich brauche zu schauen. Ich brauche nicht, ich brauche jemanden. Ich habe gesagt, ich habe Verbindungen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es ist nicht gut genug. Ich brauche deine Worte, dass du hier findest. Hey, ich habe gesagt, ich schaue nach dir. Du wisst, was ist cool. Geh jemanden, ich sehe dich später. Oh, whoa, whoa! Are you fucking kidding me? Nein! Ich mache diese Worte für dich, und du schütztest. Ich brauche das von dir. Ich habe das Worte, dass du diesen Mann findest. Ich weiß, er ist in der Stadt. Also, wenn du mir deine Worte schütztest, oder du schütztest, ich schütztest. Ich bin das Worte für dich. Okay! Okay, du hast es. Du willst meine Worte? Du hast meine Worte. Gut. Wer ist er? Florian Kravich. Florian fucking Kravich? Das ist richtig! Das ist richtig! Okay. Du hast meine Worte. In der Zwischenzeit, head over to the Libertonian. Daher werden wir das Mannen, Johnny. Und die zwei von dir werden wir mit den Diamanten mit einem Mannen, Isaac. Dann, wir geben Johnny half der Geld, das Rest werden wir zurückgekommen. Was ist er da? Er ist wunderschön. Das wird gut. Wir halten das auf einem Level. Die Leute immer besser behave mit der Firma. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Okay. Come on, Mama. Aber ich weiß gar nicht, ob Nico irgendwie so ein kleiner Zwerg ist. Eigentlich gegen der Italiener da sieht er vorher richtig klein aus. Oh, 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 oh. Bulle, pass auf. Ach, ist das die Museumsrunde Ballerei hier. Und alle sind wieder wach. Go und tell. Let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. The rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man. Come on! Oh man, Louis. What does this guy do here? Oh man, you're afraid. You're afraid, friend. You're scared, friend. You're scared, friend. Take a look around. Be afraid, friend. Watch my back. You're fucking with the wrong person, my friend. Again. He can't resist. There's nowhere to go, Maury. You're going to die, friend. Don't make me kill you. I'm coming for you. This is awesome. Say good to me. Huh? Did that hurt? Stay put. Get me out of my nigger. Yeah? Bust me. Bust me. Bust me. Na, wo kommt denn der dahinten her? Mensch, Dickhächerchen. Muss ich nur noch einen Weg nach unten finden. Schießen denn die ganze Zeit rum? Ich bin verwirrt. Dein Schieß doch noch jemand. der war gemein ich muss mal ein bisschen vorsichtiger durchgehen ich gehe durch wie rambo und habe dadurch fast kein leben high soft dodge huch bleib stehen der unendster schutzweißer ist gut mach man die scheiße bimmeln hier aus na komm dann nicht jetzt baut er den dino hier ab das ist ja frech ja da um sie wieder neue Ah, schrecklich! Hey! Oh, der Bordschein ist heftig. Ich bin den ganzen Tag, äh, äh, ganze Nacht lang da im Museum rumgeballert. Nachts im Museum, Teil 3, jetzt mit Ballerei. Und natürlich kriege ich erst einen Blatt. Natürlich habe ich jetzt zwei Blatten. Guck, der Talida zahlt immerhin ein bisschen. Ja, vor allem der Bändler, der braucht rote Bremssättel. Mit dem Sting normaler 3 Liter braucht es auch noch rote Bremssättel, weil es eine richtig sportliche Kiste ist. Du bist sicher, dass dieser Mann gut ist? Ich erzähle dir, dass der Mann gut ist. Hey, hier ist er, hier, Phil, Nico, Nico, Phil. Also du bist der Mann, der für ein paar Millionen Euro wurde? Ja. Ja. Du bist mir für's? Nein, ich habe gehört, gute Dinge. Ein paar Freunde, aber du wirst, was du tun? Du bist richtig. Ich habe immer gut gehalten. Oh, du sagst das Mann gut? Er ist okay. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Sehr lustig. Wir haben viel Geld verloren. Und wir haben ein Problem mit diesen Bikern. Und ich habe das Problem gefunden, zu finden. Ja, ich habe das Problem. Ja, ich habe das schon etwas. Wir haben einige von unseren Jungs nach dem Geld. Vielleicht können wir mit den Bikern. Wir haben Probleme auf dem Bauxite und Exeter. Ja, sonst... Du und Raymond hier haben ein sehr Problem. Die Börse müssen verabschieden. Auch wenn die Leute vergessen, sie sagen sie, sie arbeiten. Ich habe keine Börse, meine Böse. Was ist das Problem mit dem Thema, wenn sie realisieren? Ich bin sicher. Ich bin sicher, du bist, Phil. Du bist von allen Menschen. Was bedeutet das? Nichts. Ich bin, komm, du bist ein bisschen. Ja, ja, ja. Gut, wir nehmen hier das Taxi. Guten Tag. Komm, geh weg, Mann! Hey, was der F*** ist das? Willkommen im Taxi. Wuh-dee. 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 oh bitte ab wenn ich kaum was zu einspannen angenehme cruisinggeschwindigkeit du hast du dein Rippen du hast du ein raps du hast du die zwei Jahre lang du bist der Kiel Martini du hast du ein Rippen 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 du hast du etwas du hast du etwas du hast du deine Hände du hast du deinem Lüte Hey, why don't we see if you can keep up with some real American Bikers? Hey, let's do this! Hey, let's do this a little bit further. Wow 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 wow... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der war gut Boah Klitscht gar nicht um die Scheiße hier Kann ich die jetzt umbringen? Wow Shit! Hey Nicky, you're going to see Fernando for me and I appreciate that. I'm throwing you a bone. What are you waiting for? Throw it. There's no photo called Palpat. Alvin Daniels over the Triangle. He did to me for about 10 G's. He says he might know something about Florian from Ravage. Florian? The days of searching her over, my friend. This guy should point you in the right direction. He says he might know something about me and I'm coming to collect you from the apartment. Wow, wenn ich gerade nicht hier hingefahren bin und dann wieder zurück, ey. Gutes Timing, gutes Timing. Gutes Timing. Gutes Timing. Wow. There you are. Calculating routes. I have found foreign Kravitch. There's a man called Talbot Danus. To lead us to the point. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, I'm finally going to kill Florian Kravitch. Shit! You know, if this fucks up, the bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean you fuck up and I take this shit! You kill the wrong guy, and his friends will fuck with me! To get to you! I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board to have so many cuts on me. If you are a rich chopping board, I worry for you, NB. Sometimes you just gotta... let the hate go. You're really going to feel better once Florian is dead? Soon, we will find out. So, you can have the confidence and stamina. What do you think? Shut up! Shut the up! Yeah... Yeah, uh... Your bartender have arrived! Sure, I'm right! Score, order online from any number of disreputable Mexican pharmacists. Mollus ist Vesuvius Citrate und sollte sich nehmen. Besorgen wie Thüringen war. Oh, guck mal. Okay, um, if I'm right, Brony's place is somewhere uptown. Help, you've taken a car down a one-way street. You trying to kill us? That traffic's heading towards us. All right, turn left. Left, okay? We're a heartwarming ship right here. Easy there, man. You need to go slow if I'm gonna be able to get you there. This is the way. Keep going. It's a bad guy. It's a bad guy. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. All right, man. Turn right. You know, you try to block walks of shame out of your memory. It's left now. Head on straight. Go left here. You gotta turn left here. That's it. Straight on. Turn right. Turn left here. Turn left here. This is it. This is Brony's place. Are you going to kill him? When I'm done with Florian, he will be begging to die. That is the most your friend can look forward to. Get out of here now. You've done your job. Niko, be calm. Be calm. Fuck, calm. Florian! I've come for you, Florian. Florian! I've come for you, Florian. Oh, go away! Oh, go away! Florian. Yes, you told me. Niko? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, turned up the, uh... Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? It wasn't me. Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh, my God. Oh, my God. You think it was me. That's why you are here. You've come to kill me. Well, screw you, Niko Bellic and Fatty Roman! It wasn't me, it wasn't! I wouldn't do that! Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now! After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach. And I teach an aerobics class. And I'm in love. He's married. He's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope! I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City, but he's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me, okay? Okay. Hey. Okay. I will not have time for bullshit. Okay. Just take it, I don't need it. Ah, Nicky? Do I have to? He wasn't the one I was looking for. Too bad, Chase. I did what I could. Good. Gut, jetzt gehen wir mal wieder, speichern ich das Spiel mal wieder mal abkacken zu müssen. Nein, speichern. So, und dann würde ich aber auch sagen, machen wir hier Feierabend und machen dann morgen weiter. Okay. 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 xD Guckst du schon wieder Porn? Ich bin sicher, dass du das machst, aber du sagst, dass du mir hilfst. Naja, ich spiel jetzt gerade, wir sind keine Schreckung. Guck nachher. Oh, du willst mich töten? Oh, ja? Screw you! Ich bin das, was du verstehst? Ich bin fertig. Ich habe noch nie angefangen, du Steven! Ich bin in Scheiße wegen dir, du Scheiße! Hallo? Hallo? Guck! 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 Ray! Was du willst? Du hast gesagt, dass du kommst. Entschuldigung! Ich habe ein schlechtes Tag! Oh, ich bin sorry. Ich bin auch. Guck. 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 Das Körle-Hind... Leech ist einfach zu sprechen! Geh das Stoog auf! Guck who auf? Isaac! Der Diamant-Dealer! Blamier mich für alles! Alles! Even das, was wir nicht gemacht haben! Ich habe keine Geld, keine Diamant, und dieser Dich schreckt mich zu haben. Blamier mich, weil er getötet hat! Okay, so? Oh? Er ist mit der Majestik, mit ein paar Kronies. Go shut those fuckers up! No problem. Hey! Kann ich einen Koffi, bitte? Justine! Bich bin ich... ... ... ... Guck... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum kann man hier durchschießen? Was nennt man heutzutage Arbeitsunfall? Was nennt man heutzutage Arbeitsunfall? Komme ich hier runter? Oh ja doch hier Alter 1000 Euro für den Auspuff ey Reicht doch, muss ordentlich dröhnen, das Ganze Was nennt man heutzutage? Was nennt man heutzutage Arbeitsunfall? Was nennt man heutzutage Arbeitsunfall? Was nennt man heutzutage Arbeitsunfall? Am Rennen denn alle, wie die Störte gerade über die Straße, wenn die alle von mir überfahren oder wie sie in den Rennen. Wenn man wie viel Carbon, kann man bitte schon kaufen. Auspuffanlagen, geil. Und ich muss mal wieder nicht aus dem Fenster, guckeschön. Schneller. Als ob der Mittelschalter einfach drin ist, was ist denn falsch mit dem? Weiß ich auch nicht, was ist mit dir falsch? Was kompliziert ist bestimmt geil. Servus Bunny Bunny. Ja. 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 Wie machst du das? Ich bin in eine Situation, mit dem Optimismus... ... und ich habe einen Tag... ... und ich bin burnt! Schau mal an mich! Ich bin mit einem fuckingen Spohn! Wie machst du das? Ich weiß nicht, dass ich so leicht bin. Wir alle haben unsere Demons. Aiden O'Malley. Was ist Aiden O'Malley? Ich verstehe, dass er sich bewegt. Vielleicht ist es unser Zeitpunkt. Wir müssen uns auf dem Bett gehen. Geh auf die Drogen. Geh mit den Erinnerungen. Aiden wurde von Van von der Bakingfaktorien geflogen. Er hat mich über meine Hände gesprochen. zurück in die Allerne-Estate-Correctional-Facilität. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Ich bitte. Ja, Derek. Du und ich. Wir sind die gleiche. Die gleiche. Die gleiche. Wir sind die gleiche. Wir sind die gleiche. Wir sind die gleiche. Einen empflicht. Wie geht es für mich? ?, Wir sind das in der Stadion-Lauffläche. Er hat mehr Polizistik-Protektion als der Mayor. Ich habe ein Auto mit einem Rauch-Lauter für dich in einem Alley. Auf der Applewhite in Alderney City. Ein Auto mit einem Rauch-Lauter in es? Was soll ich mit ihm machen? Wer weiß? Der Konvoi mit O'Malley in es muss über die Bootstunnel gehen. Du gehst dort erst und block die Straße mit deinem Auto. Ich komme aus der Reine und block ihn dort. Pick den Auto und gib mir ein call. Welche Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm. ... 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 Ich bin der Ultimate Disk! Ein Mann kommt und mich schützt! Er ist loco! Warum schützt du dich? Weil... Ich denke, weil ich fantastisch bin! Was? Ich denke, ich bin folgendes. Und ich weiß nicht warum. Ich bin in meinem eigenen Haus. Okay, Bernie. Los geht's und schauen. Oh, ich bin so glücklich, dass du wieder in meinem Leben gekommen bist. Das ist cool. Aber du und ich kennen uns nicht. Wie kannst du das sagen? Ich dachte, du war anders. Weil wir wollen diesen Mann, dich zu attacken. Komm schon! Let's go to Middle Park, Nyx! Er nennt mich Nyx. Alles klar. Und ich darf nicht vorher sagen. Ich weiß nicht. Ist das ein Name für das Fitnessplan? Ich würde eine Klasse machen, wenn ich die Klasse hätte, wie du bist. Das heißt, es geht um, zu fangen, zu fangen, zu fangen, zu fangen. Ah. Ich will sicher sein. Ah. Warum muss er immer wieder in eine Schwucht laufen? Ich bin fertig mit dir, Homo! Warum sollst du jemanden, der wieder kämpft? Bek! Was ist dein Problem, Faglover? Whatever du sagst, buddy, införsendlich, weil du mein Freund schlägt, ich werde dich schlägt. Was ist dein Problem, Faglover? Problem gelöst! Was ist dein Problem, Faglover? So, treiben wir die Monschrecken ein, pass mal auf. Was ist dein Problem, Faglover? Was ist dein Problem, Faglover? Faglover! 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 Servus FrexTV was meinen zu gucken nicht viel an den homo Schrauben, bitte ein U-turn, wir sind sicher Ein U-turn, links Schrauben 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 Ur polít� Schrauben Schrauben Ja, denn Er ist immer so. 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 Er machte eine Fülle von sich. Er schreckt sich. Er ist ein Idiot. Und ein Coward. Das ist nicht mein Wunsch. Was er steht für, er schreckt sich. Er ist nur hier in der ersten Stelle, weil er verletzt wurde von der Mafia verletzt. Er ist ein Pathetiger. Okay, ich verstehe. Jetzt wird er meine Leben verletzt. Wenn es nicht schlecht genug zu haben, ein Krooks für Brüder zu haben, jetzt habe ich ihn, zu sprechen mit einem Journalisten, über seine Familie, über mich. Well, sag ihn zu sein. Ich versuche, die Kommissioner der Polizei zu werden. Ich wäre ein Lachenstock. Ein Kroos mit einem übrigen Traitor für Brüder. Ah. Gute. Sie wissen... ... die Krooks kann ich mit amazing das hab. See, das kann ich... ...tun. Aber nicht das, nicht das. Du hast große Probleme, dann. Ich? Wir haben, mein Freund. Wir. Du stopnst. Stop. Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy. Not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Aha. Frank, you're raised to meet me at the park of Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Crap, you kill who they like. You know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. This is Cain and Abel's stuff to tell us. The question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head, and who's gonna be six feet under, you know? This phone's running out of battery. Shit! Look after me, Deco. And the sooner people understand that, the better. To respect you... Turn. 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 the courtyard get in position and put derrick out of his misery I better get ready to act surprised don't miss nico you might hit me i'll hit who I'm aiming at don't worry my baby das Ding nochmal rum Derrick, mein Bruder! Franky, was ist das? Ich muss sagen, ich bin nervös über diese kleine Gespräche. Scheiße, als ich hörte, dass ich mich wieder zurückkehren habe. Sitze, warum hast du mich nicht geholfen? Du könntest mir auf meinem Stadion schlafen. Ich bin wirklich gut für mich, wirklich gut. Ich bin entschuldige, wie das Leben für dich ausgesucht hat. Wow. Oh nein! Wie tragisch! Würdest du jetzt da langlaufen? Oh nein! 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 10.000? Ich habe das, was ich wollte. Ich habe deine Brüder zu tun. Du glaubst nicht ich das wissen? Christ, es hat die Richtlinie zu tun. Ich fühle dich an mich durch diesen Sculpt. Nun, es ist fertig. Du und ich sind vorbei. At least Jerry und Packy sind ehrlich, was sie tun. Du bist ein Künstler, hinter dem Badge und der Reputation. Du wißt du, Franky, ich werde das benutzen. Wenn ich mich fühle, ich werde dich fühlen. Ich werde dich sagen. Und du machst das nicht weg. Das cool? Sieht, ich habe keine Wahl. Sieht, ich habe keine Wahl. Sieht, ich bin nicht so. Sieht, ich bin nicht so. Ah, shit. Komm schon, Bryce. Komm schon. Du musst dich schlafen. Aber ich werde in der Brüder zu verabschieden. Ich bin nicht legal. Mein Freunde Fitness wurde eben, dem Unsicher tutide. Ich bin jetzt capitalist. Mein Freund wurde verkauft, ich glaube er kann Hilfe. Ich tue dich davon. Ich liebe dichin. Waffe seine husbands, umes. Das ist echt. Enjoying your new life in the Land of Opportunity, then? This is no time for jokes, buddy. Uh-uh. No, sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay, that's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No, but he's working on it. You've got to help me. Got to? How? How? We're going to warn these bastards off. Come on! The title of the mission is Shurwuchtel. I want something vegan, awful and intimidating. Calculating route. Fuck me! All right, hon. The meat is on Walnut Way in Northwood. You know, I don't think I've ever been north of Middle Power. This is exciting! I mean, they don't even know what they're in for. No way! Nothing stands in the way of love. Love is strong enough to rip down mountains and throw trucks and all that stuff. Am I right? You're going to show them! Who's blackmailing you? We don't know. They won't even meet us themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss. We won't be pushed around. No way! No way! Ja, sexy eingepackt, huh? If that's the way you want to play it, fine. Price will be all over Wiesel News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskalov only asks once. Your lover's career is over. Fucking Dmitry. Fucking Dmitry, Blair. You gotta get it, Nico. Oh, German. There's the police! This is exciting! Nico! Come on, Han! You killed them, you crazy maniac! Oh, Nico! We can't lose them! Do they know what they're doing here? Warum brannte der Bus jetzt schon? What about the life, Price built with his wife? That bitch! She's just in it for the status. She doesn't blood price like I do. All she sees in price is meat cones and dinner party with it. What he and I have is real. You know? You can even dig down inside and be nasty people to fuck his mind. Now, come on! Get them! Bernie! I can't concentrate with you talking. I don't do the guy! 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 Ich fühle mich über diesen Mann, oder? Veranke, bleib hier. Ich will sie holen. Oh, das war ein gescriptisches Ding. Oh, das war's. Ich bin dein Freund, und ich versuche zu helfen. Ich bin dein Freund, dein Freund. Aber sie sollte sie denken, wie er war, bevor er auf die Verlust auf einen Fall der Familie gewählt. Sie schwebt die Homosexualität als Vier. Das ist ein Insanity. Er ist ein Hypocritus. Und es war nur ein paar Minuten, bevor jemand wie Dimitri versucht zu capitalize. Shit! Ich bin jetzt! Ich werde jetzt aufhören. Es gibt keine Worte zu erzählen über deine Leben. Wir normalerweise sprechen so viel. Ich bin dein Freund, und ich werde versuchen, zu helfen. Aber niemand versteht ihre dumme Sprache. Hier sind wir. Schau dir nach euch, ja? Ich hoffe, Dmitry und diese Leute wiederholen. Vielen Dank, Nico! Ich werde bald sprechen. Boah, ganz so viel Kohle streitet er auch nicht. Können wir mal ein Hotbox-Stand irgendwo sehen. Da. Ich werde einen Hotdog beim Inder kaufen. Ich weiß gar nicht ab. Du weißt, dass du einen Hotdog willst. Ich bin aufhören. Mein Hotdog-Stand ist aufhören. Ja. Das ist fast wie bei Ikea. Ein Hotdog 1 Euro. Hier ein Hotdog 1 Dollar. Ah! Yes! Remoted! Remoted! Remoted from my one true love. And we're close to Mallory Niko. She said, shoot, there it is. Now all we need is to find you a wife, and fix no settle down happily ever after! I'm working on it, cousin. There's this girl I like. She's called Kate McCreary. I invite her to the wedding! You don't even know her, Roman, so please, try not to embarrass me. Congratulations on the engagement. Thank you, cousin! You, you, you! You, you, you! Huh? That thing? Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swingers? Asmol- Ah! Yes! Promoted! Promoted! Okay. I got it. I got it. Hey, Ray. So, uh, who's the pal? Phil, you remember Niko? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the... guy with the hat? No, the guy with the, you know, the... by the beep and the boop. Yeah, the guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah. I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see that's the thing. I kinda know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you can see, I got my own issues here. Look, Niko is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street in West Dike. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it. No problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Get the hell out of here. Ha 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 ha! Every time this motherfucker hit. Mmh! Yeah. So, now I'm going to look. So the Imra XP has clicked on twitter follow and the Renemi bring on on YouTube. Hi! Ja, ja. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Turn left. Turn left. Man, man. Turn left. Come on, old lady. Oh, man. Some great rock for you here, but don't get so distracted you don't even... I see something in there. Johnny, pass off. Oh, man. Let's go out and check. warum schießt er jetzt nicht es ist äh achso warte ich muss ja die komplette durchschaden ach komm nö das ist doch blöd so warte ich gehe nicht mit dem schmackern ich bin ja ich bin ja ich bin ja easy die wird wiederholen leertaste, ok weiter drücken die wird wiederholen, leertaste, oh man, wie ich auf das tatsche trinke wow wirklich eher leertaste pang ohne die Tür aufzumachen dieser jetzt ich habe immer wiederholen was du mit mir zu tun es ist ein ist das ist das ist das ist die Okay. Ich habe mir ein bisschen reingeholt. Servus, Deferduch. Beep. Beep. Ja, dann fahren wir halt direkt da hin, weil hier haben wir ja noch nicht mehr. Der Polz, die gehen aber auch ordentlich rein. Beep. Ja. Ja. Has he got work? Yes. He's got stuff that needs going. Head over to the down floor from Fever Head in one second. Jesus. And I can't breathe. Don't tell them to go eat it. Wow. What are you doing? What are you doing? We'd like to tell you, lady. Unfortunately, you haven't gotten insurance yet. Get out of here, dead man. Get out of here, dead man. Get out of here, dead man. Haha. What do you want, Dimitri? I always thought that there was something not quite right about you, Nico. Now that I hear your friends with bright talking and burning cranes, I know what it is. Stop blackmailing my friends, Dimitri. Oopsie. You do not want... Oh my god. Oh my god. I'm a friend of Fields. Nico Bellic, I know who you are, brother. You're after some money. Just like everyone else in this city. What's your deal? People come to me when they need something handled. I come to people like you when I need someone handled. Do you get me, brother? I get you. When you've taken care of something from me, call me on my cellular, but no specifics. Phil's good at that. I only talk business on a hard line. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Kick it out. I'm a bit scared. I need one. And I know. That's right, though. I can't wait. I can't wait. waffe ist aber ein bisschen hat ein bisschen was gefehlt aber nicht viel so was haben wir an sms bekommen ja ok ja 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 Hat noch jemand keinen Sound? Oder gibt es mal wieder Menschen, die es nicht verstehen, den Nude-Button zu betätigen? Das ist noch ganz kurz. Nein. Don't count. Hyperpenguin. First, das ist ein German-Stream. Du musst das in German schreiben schreiben. Und das ist nicht an Xbox. Ich bin nicht ein Fagget. Das ist ein PC. Du siehst, wenn du siehst, in der rechten Top-Korne, da ist ein FPS-Counter. Natürlich flüchtet der jetzt. Wer muss Killer-LP? Der X, die ignoriere ich jetzt mal. Mein Moppet ist despawned. Das fand ich jetzt irgendwie gemein. Du siehst ja auch schon. Nein. Meep meep. Wow Gib mir mal dein Bentley hier Ah, hier ist ein Chrysler Ah, gehen wir direkt mal da hin Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ähm, Killer, wenn du freundlicherweise mal den, ja, nicht so ganz intelligenten Menschen hier Hab, äh, Englisch schreiben könntest, dass sie den Scheiß in die Lüte bei ihm betätigen soll Dann, ähm Äh, äh, werde sehr nett Und auf der Frage, ob es besser als Twitch ist, ja, ist so Ah Ja Promoten Promoten Hi Nico Hey Kate Ah Ja Ja Ich wusste wirklich wirklich so gut, ich erinnere mich auf ihn als Kind Er hatte ein Traum damals, er war inspirierend Der Derrick, der zurück nach Liberty City, war verletzt Er wahrscheinlich wollte er sterben Ja Es muss immer schwer sein für dich Es ist schwer für meine Mutter, ich versuche, dass sie da sein für sie Ah Ja Ich bin auch noch da, umdrehen Promoten Promoten So, was heißt ich, ich stehe kurz vor der Mission und dann kommt der Mungo um die Ecke von wegen, hey, fahr doch nochmal dahin Aber nett von euch, dass ihr auf Follow gedrückt habt Ich hab einmal auf YouTube und einmal jetzt hier auf ähm Mixer Aber wir werden wissen, wie jeder hinfangen kann, wir haben ein bisschen gewatschen so Ähm Ob es besser ist oder nicht Von Mixer zu Twitch Es ist halt so Ansichtssache, also auf ähm Ich meine, alle anderen Plattformen Bis auf Twitch Sind aktuell so gefühlsmäßig ausgelegt auf kleine Streamer, neue Streamer Weil sie den Einstieg Meiner Meinung nach etwas besser ermöglichen Und Funktionen zur Verfügung stellen, die bei Twitch meistens nur über irgendwelche Partnerprogramme vorhanden sind Die Seiten haben auch ihre Partnerprogramme mit nochmal extra Funktion Aber so die Grundfunktionen wie vor allem auch dem Zuschauer helfen, die Plattformen überhaupt sinnvoll zu nutzen Ja, die sind da Ich selbst streame halt jetzt auf allen Plattformen, weil ähm Erstens hat man erreicht halt ein paar Personen mehr, muss man ganz ehrlich sagen Und zum anderen, ihr könnt dann gucken auf der Plattform, wo ihr wollt Ich habe auch schon mitgekriegt, dass zum Beispiel Twitch bei der Telekom gerne mal zu Abendstunden nicht funktioniert Und wenn ich hier jetzt einen 1080p Stream habe, dann braucht ihr halt ein bisschen Bandbreite zum runterladen Und wenn der Stream dann ruckelt, dann habe ich keinen Spaß am Stream und ja, weil eben die Zuschauer weg bleiben Und ihr habt keinen Spaß, weil es bei euch ruckelt Was halte ich für eine Zeitumstellung, ja Meine Meinung nach, brauchen wir die nicht Ich, ähm Lebe aktuell besser damit Wenn ich Äh, gar nicht dran denke Dass es eine Zeitumstellung gibt Weil ich habe hier ne Hier im Zimmer eine Uhr hängen Die habe ich gar nicht mehr umgestellt Sprich, die lief die ganze Zeit auf Sommerzeit Das ist, wie du gerade geschrieben hast, einfach komplett unnötig Das hat man früher vielleicht mal gut verkaufen können Von wegen, ähm Ja, Geld sparen Von wegen Heißkosten und so eine Scheiße Energie einsparen Weil Länger hell Zu Zeiten, wo man vielleicht arbeitet Aber das zählt alles heute nicht mehr Weil man heute 24x7 arbeitet Server laufen 24x7 durch, die viel Strom futtern Ähm, in der Industrie Wird auch Samstags durchgearbeitet In der Nacht und so Von dem her Das ist alles komplett Käse Deswegen, ich finde Sommerzeit besser Wir haben einen Räum Wir haben einen Räum Wir haben einen Räum Und während keinem Niemand sagt, dass er ein Null wäre Null wäre Null wäre Null wäre Und das ist, warum Gott uns auf der Erde Und Null wäre Erstmal einen traurigen Moment hier Die Trial von Menschen waren manchmal sehr, viel, für ihn zu bären Aber er war ein FAMILY-FAMILY-Mann, und ein Mann von BELIEF. Gott fragt uns, um die Hoffnung zu zeigen. Und das ist das, was er uns in seinem Weg gab. Derrick hat so viel von ihm selbst gegeben, und wir werden uns alle gegründet. Amen. 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 Und jetzt, wenn Sie alle mit mir in der Procession nach dem Cemetery gehen. Ich bin, uh, sorry für Ihre Verlust. Ich bin nicht. Ich bin sorry für Ma. Ich habe mich auf meine Brüder ein langes Mal vor. Die größte, die ich von ihnen erwartet war, war die Farbe auf den Coffins. Du hast eine schwierige Familie. Wer nicht? Ich bin nicht. Ich bin nicht. So, erstmal High an, ähm... Aber warum nimmst du sowas? Jetzt muss ich gerade erstmal eine Schießerei machen. Dann gleich auf den Namen gucken. Was ist das wieder für Cut of Flaming? Ey, da kommen ja noch mehr. Dann krieg ich jetzt Bullen, wenn die mich angreifen, die machen jetzt einen Schreif bei. So, Jakob... Jakob.de. Und, ups. Lexman. Ja, Gott. Und du möchtest Sommer? Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, wo du wohnst, aber ich hab, glaub ich, grad so 7 Grad nachts. Minus 2 oder so. Zumindest letzte Nacht oder so. Das war angenehm. Das Lustige ist halt, wenn ich hier so streamen, dann hab ich ja zwei Rechner am Laufen. Sonst seht ihr nur ne Ruckelorgie, die ja Schauscheiße. Und die machen halt dann durchaus ein bisschen warm. Und mit der Zeit wird sie ganz schön warm im Raum. Und wenn man das Fenster öffnen kann und schöne, kühle Luft von draußen reinkommt, dann ist das, äh, durchaus angenehm. Komm, fahrt doch einfach zu, muss ich die Hand schieben, Alter. Wollte ich nur aufpassen, dass der, der, der Sargne hinten nicht rausfliegt, das fand ich mich schlecht. Die Karre, ah doch, die Karre hat Radio. Komm mal rein. Uh. Geh halt weg. Bei dir sind wir elf, ja. Ich kann ja mal ganz kurz auf mein, äh, Mobilfunk, äh, Telefon schauen. Was sagt mir neun Grad, oh. Ja. Ich glaube nicht, dass wir nach uns nicht mehr sind, Nico. Wenn Derrick lebte, er braucht ein Schuss mit dem Stress in dieser Situation. Wenn Derrick lebte, er würde nicht in dieser Situation sein. Das ist ein guter Punkt, Nico. Wer weiß, welche Situation wir in. Derrick brauchte eine gute Dose von Schmack für die meisten Situationen der Leben hat ihn. Du hast das. Wir haben alle unsere Worte, Pecky. Das war Derrick's. Er hat ein hartes Leben. Er hat eine hartere Tod. Auch wenn das was zu tun ist. Ich wusste nie, dass es so schwierig war, ein Körper auf den Boden zu legen. Das ist das, was ich normalerweise schiebe, um ihn in der Humboldt zu legen. Das ist das, was du sagst, wenn du... Ich mach mal den Deckel wieder hoch. Aber ich hab auch nichts gegen Minus gerade. Das ist ja wirklich noch so zeitweise Minus 10. War doch angenehm. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe nie viel Freunde gehabt. Er hat sich irgendwie in seiner eigenen Hütte. Es bedeutet vieles. Du kommst hier und helft in dieser verbringten Familie meiner. Ich kam nicht für Derrick. Ich kam für dich und Pecky. Wie gesagt, danke. Gib mir einen Gehrein. mit sicherheit hässchen und ihr lasst mir jetzt kein auto da ihr lasst mir echt jetzt kein auto jo, hau rein fahr mal da runter das ist jetzt noch näher gelegen als direkt ans andere ende der map zu fahren ja 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 nike Nicky, was der f*** ist das? Broke his head? The big man's hanging up his hunting rifle? We're out there for ya! Right? Or for me and you, buddy! I have to admit, that was not my first thought when I heard. I'm happy for you. Sure you are! I'm happy too! Fuckin' happy! What do you think is that? We just... You know... Kinda gonna... Gonna... Gonna miss him at all. He's not going anywhere. Even Mallory, you're only getting married, right? We'll have to settle down sometime. What do you think I'm getting old? I got the ass of a 17-year-old gymnast and the forehead of a toddler baby! But why... Wow... Der war knapp. Enjoy all that extra p***y, damn Brucie. I'll see you around. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Der Vargasch könnte mal die Fresse halten. So schlimm fahr ich doch gar nicht. Der Vargasch könnte mal die Fresse halten. Der Vargasch könnte mal die Fresse halten. Ah! Yes! Promoted! Promoted! Bernie, was wrong? Nothing, sweetie. Oh my god, you're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. Been thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited! What are we doing here? We're going to have fun! Fun? Yes! It's a four letter word, I know, but we can still try. Look, more people want to be dead than alive. I'm working for the mafia. The police and the government agency are both on my case. Like kill and steal to scrape together a living. So that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. Come on, Florian, this tortoise. Honey, you are stressed. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me! Come on, Bryce accidentally let the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Oh, my gosh. That's where the best rays are going to be. Nico, my life is in turmoil. Bryce is pulling his hair out over this blackmail thing. His wife is getting on his back about yours truly. The things she suspects. It's a nightmare. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F-U-N. I know this far! I know, sweetie! Not to turn. I know the other time you get inside. I need to think we'll be. Perfect, sweetie. Let's stop. Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Scratch that! Not so cute! Rouge-ni-roos-i! Let me see. They don't look like they're on a pleasure cruise. I'm gonna use a vodka, bleh, it's here. We are fun, Diego! Why does everything that's meant to be fun have to be so miserable? I don't know. We just got to get these guys and they'll just come back. I told you that there was no time for this. People are answering me, and I have to stay alert. You, Bernie, are in it too. You have to keep your eyes open. They're wide open, sweetie! Unfocused! 100%! Let's get them! Interessant, dass der Bot mal wieder so vor mir herfährt. Und das ist immer noch die Frage auf dem Lift, äh... Soll ich ihn nur verfolgen oder ihn töten? Das sind so Sachen, die ich halt da ab und zu nicht mag. Das sind so Sachen, die ich halt da ab und zu nicht mag. Und das sind so Sachen, die ich jetzt eben nicht mag. Und das ist heute vielen Dank. Ich möchte... Oh, hoppla. Also, wieder nur verfolgen. They're making a run for us, the landlubbers! Oh, he is... Na, klasse. Oh, warte, der ist unnötig mal wieder. There are some great things playing on burlesque at the moment. Musicals aren't really my thing, Bernie. You should go with Bryce. Bryce would never be seen with me at a play. People would ask questions. I get all the stress of having a man, but none of the perks. That's my tragedy. Yeah, yeah, yeah. Blah, blah. Yeah, yeah, yeah. Blah, blah. You are a guy. I get all the cars! I get all the gas! I get all the gas! I get all the gas! Haters, 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 haters! This city is full of haters, Nico! I just don't get it! Ich bin hier, weil es die größte Stadt der Welt zu sein ist, aber es ist einfach nicht. Warum soll ich nicht einfach gehen für San Fierro gehen? Sie verstehen mich da. Du bist nicht da, weil Bryce hier ist. Bryce könnte zu San Fierro kommen. Er könnte sogar selbst sein da sein. Er wird sich selbst wählen für, wer er wirklich ist. Einfach verfolgen, aber das ist ja langweilig. Der eine ist immerhin abgesoffen. Ich bin hier. Ich bin hier, weil es dasいい. Ich bin hier, weil das wären. Serge weiß ich ihn nicht. Es ist egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wow! Ich habe einen Unjolien verschossen, naja tut mir leid. Nein, ich schwöre mal hier noch einigermaßen schnell. Oh, ich bin ja im komplett falschen Boot. our noble Hero returns from battle. they're not the problem anymore. Mikko, you are my knight in shining armor. Thank you. I'm sorry our fun day wasn't so very much fun. See you soon. Cool! cool Warum hat's das Ehemann eben das Boot? komm so wie fahr ich denn da jetzt am geschickteschen wo will ich denn hergekommen bin naja mehr oder weniger mal wenden lassen kann ich hier mal nie das semester durchgucken wo ich noch mal haben hallo eine ansicht zu außer die objekte die dann weg problem geht's nicht so viel Das war's. Das ist die Frage, wie weit muss ich denn da fahren? Wer hat ein Bootanleger unten? Davor, ja. Das ist aber kein so ein hübscher Bootanleger. Ah doch. Hier liegen zwar ein paar Schiffe, aber... Hm. Bring mal raus. Gut, ich kletsch die halt fest. Kein Problem. Jetzt hoffe ich, dass es da funktioniert. Nicht, wie da irgend so ein beschissener Anruf dazwischen kommt, der mich davon abhält. Ja. 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 Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys are going to meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever going to be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, if these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past, I want you to run security. Hey, keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. Neither them are the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray and I get back. Hey, Tom. Hey, Ray. We need to speak with Piper Reno. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, salivate. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere, like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is going to talk. The boss has got business. Yeah. Of course. I got you this, because I care. You boys have fun. Bombe. Bestimmt. Civil and so on. Jimmy's on his way. Nico, right? Skipper said you'd be driving. The sit-downs over at the old refinery in an actor-industrial-park. What are you waiting for? Hit him! Let's go! First of all, I don't think I'm already here. He's me reingefahren, the Wichser. You guys all friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's going to be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me. So saving you guys' asses will be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The Lavanos wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking boke. Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like a video with children here. No wonder I ain't on a commission when my muscle is this... Ah! Yes! Promoted! 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 Yeah, nice and kind of all. I find it's geiler. You're the boss, boss. Shut up! Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level, he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up his case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. Ah, I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just... Give him the rifle, Marco. You expect him to start throwing empty cans from up there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Check. Check. Nico, go up into that building. There should be a spot we can see over the meat. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwing up for no good reason. Thank you. Also, ich... hier schon rein? Ja, wahrscheinlich schon. Moment, da ist eine Knarre. Ah, da ist hier drin, dunkel. Können ja mal ein Licht anmachen. Okay. 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 Die sind ganz schön fett gewesen. Das Auto ging ja ganz schön runter. Oh ja. Da haben wir mal ein paar Däkchen. Das war's für heute. Hoppla! Hab ich doch knallhart den Fall schon angeschossen. Hoppla! Oh wow! Er überlebt keine zwei Sekunden. Ist das Spiel wieder räudig heute? Ah ja, das war's für in Englisch. Ist das ein elender Mungo. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Nico, das ist Pete Marco. Guys, Nico. Er ist derjenige, der von Rae zu trinken in einem Pile von Schiff. Was ist das mit den Diamanten? Ich weiß nicht. Ich habe nur was Ray gesagt. Ich habe nicht woher ich bin, weil ich das jeder Schmuck gesagt habe. Ich habe nicht die Zeit, wenn es nicht in deinem Interesse ist. Du bist ein guter Typ, Skipper. Shut up, Pete. Ich bin mir nicht so gut, wenn deine Lippen sind immer wieder aufhörst. Ich habe mich mit den Diamanten. Ich werde mich mit den Diamanten helfen. Ich habe ihn nicht so gut für ihn. Ich liebe ihn nicht. Er hat sich zu komplizieren. Er hat sich zu komplizieren. A lot of people said those diamonds were theirs. Tell me about it. But I don't give a shit about them other people. What I'm worried about is our reformer would get back to gay Tony and his connections. We got a lot riding on this meeting with the Pavanos. Want to keep relations sweet with at least one of the families that got a seat on the commission. You're gonna get a seat on that commission real soon, ain't you, boss? About time, Alder, you got some representation in the city. Don't tell me what's due to me. I've been waiting for this and working hard for this for years. Alder ain't worth nothing without me. My old man, God rest his soul, didn't have the balls to bring the family to the level I got it to. I'm gonna get that seat because of what I've done. Sit down next to John Gravelli, if he survives that long, and run all of Liberty City. The whole country, maybe. The Pavanos, are they gonna offer you a seat then? They can't give me... Also, nochmal von vorne. Übrigens, die Waffe da ist jetzt gerade weg. Interessant. ... ... ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich schieße mir noch. Hä? Hey. Ich war früher, dass du hier um die Ecke stehst. Was ist das, du stirbstelst? Mit der Plastikknarren trifft er halt auch nicht. Hat er noch eine Karium mit dabei, geht ja gar nicht. Die Motherfuckers versuchen mich zu schrauben. Sie versuchen mit meinem Triebüte zu machen. Die fucking Nerf. Wir werden die Füße, Nico. All right, wir holen die Slimeball-Bandards. Leute wie das, die Italian-Bandayen. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Oh, den armen Security-Fuzzi überfahren. Ach, cool. Das war nicht so. Das ist ein verdammt Krass! Geh, nicht meine Gäste. Und mach diese Krass zu bezahlen. Oh, du musst gehen, Nico. Ich kann nicht mit diesem Blatt, mein Gott. Hier geht's. Du bist ein guter Erner, Nico. Geh mich zurück nach meinem Haus. Geh mich zurück nach meinem Haus. Wie soll ich das sein? Wie soll ich, können dich relativt? Wachst du... Wachst du was? Wachst du mich? Wachst du mich? Wachst du mir so... Wachst du mich so? Den Monter übernommen? Und du dich mit dem... Das ist doch schon. ... oder? Oh, das ist so schlimm. Sie wissen, was sie für eine Anwendung waren. Sie waren nicht auf der Weg raus, waren sie? Nein, sie waren nicht. Sie sind glücklich mit dem Skipper. Ja, sie sind als gute Kinder. Ah, diese Kinder kommen und gehen. Es ist nicht wert, dass sie sie bezahlen, bis sie zeigen, dass sie sie überleben können. Ich gehe einfach weiter und holiere einige Wannabe-Wise-Güse auf der Straße. Es ist so einfach? Es muss sein. Ich beginne zu bezahlen, meine Crew, wenn sie mich in eine wunderschöne Position stellen. Either because they know too much in my rat, or because they got too much power, and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big, and sticking his nose in place to dip for long. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Oh wegs you wrap here, motherfuckers! You see the floorier, it's dead but he has his shoes träumen. Uh huh!!! I can't get back! How ya doin'? Imo ned 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 Ned? Ja, zwei verloren, naja. Und wieder kein Auto da. Klasse. Hm, dann gehen wir halt ein. Die holt es aus als ganze Beerdigung, die Nervy Metal läuft bei denen. Keine Lust da runterzufahren. Keine Lust. 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 Wenn du ein Dramatisch heiratest, musst du ein paar Nachts sein, um ihn zu versuchen zu schlafen. Jackass, alle von ihnen, alle von dir. Schön, mit dir zu sprechen. Whatever. Du hast Spaß. Pick einen Swell-Guy, hoffentlich jemand mit einer jungen Familie, der wirklich erinnert. Hey! Hey! Ist Mr. Pegorino da? Uh, sure, ich hab ihn. Was? Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry, I'm sorry. Nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Fuck. So, listen, we got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that, that you're meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Uh, sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an alternate bookie ring. Where it is, they're at the diner, an actor. Find them, and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard. Kabish? Yeah, kabish. Thank you. Come on. What? Be different? You are too rough. Come on. Is your best friend a terrorist? Find out tonight. Be different. You are too rough. You are too rough. We've got live coverage. A positive warning continues. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und noch so ein Dickerchen 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 kt ich gucke mir jetzt echt leid, dass die Bullen hier in so einen Gangkrieg verwickelt wurden und es kommt halt mal warum war es ist wir gehen ein ich du ich 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 Was ist das, mein Junge? Ich hoffe, du hast ihn verletzt. Geht's ihm nicht aus dem Tagarino. Könntest du ihn für dich? Vielleicht kannst du mir ein bisschen taste. Und etwas auf der anderen Seite. Ich weiß, dass ich nicht so gut bin. Gut, dass ich nicht so gut bin. In 100 Yards, turn right. In 100 Yards, turn left. Get her moving. In 200 Yards, turn right. In 100 Yards, turn left. I'm looking to earn some money, friend. I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Will er doch da? Ah ja, schön. I'm not in the mood for this. I'm not in 100 Yards, turn left. Time. In 400 Yards, turn right. Have a good night. I'm not in Humble. Im 100 Yards. I'm not in one. Oh, shit. I'm not in 100 Yards. Hm. Um Sniper geht das doch ganz bestimmt ganz gut, oder? Uah. Was ist denn mein Zuhause? Ich glaube, ich habe zu früh angefangen zu schießen. Ich bin frei! Sexpack machen hierzu! Komm schon! Es geht zu mir! Untertitelung des ZDF, 2020 Let's tango! Having fun? There's no way out! We got cops on all sides of you! Fire out and gun out! I'm bleeding out! I got him sighted! Everybody! Goddamn this, Dizzy! Cover me now! Come on, people! I got you in my face! Please stay from every angle! No! You're not a dangerous place! How are you? I'm not a dangerous place! I'm not a dangerous place! Stay right there! Everybody get down! What about this? There are no units available to the spot to attack on an officer in the Eastern... Why are you waiting for me? Don't let me! Don't let me! Don't let me! You shot me, asshole! You shot me, asshole! I'm not a dangerous place! You shot me, asshole! I'm not a dangerous place! I'm not a dangerous place! Don't let me! Don't let me! I'm not a dangerous place! Niko, I've been invited to your cousin's wedding! I didn't think you guys knew each other! Nor did I! He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there! Is that true, Niko? I guess it is! I'll see you at the wedding, man! I'll see you at the wedding, man! I'll see you at the wedding, man! Nein. Wow, er legt mir eine Pistole hin. Das ist ja echt unglaublich. Obla. Irgendwann fahren um eins. All die Zielpersonen aus, die das... Ich habe auch einen Alarm, das kann ich auch. Ich habe auch einen Alarm. Ah. Ah. Ich stehe doch außerhalb. Gehen wir mal kurz speichern. Gehen wir mal kurz. Gehen wir mal kurz. Gehen wir mal kurz. Nicht so abgeranzte Treppenhäuser hier. Es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass die in Amerika wirklich so leben. Ich bin jetzt bei Auftraggeber. Gehen wir mal kurz. Hier ist Kate. Aber so. Okay, Nico. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Probleme da draußen. Gehen wir mal kurz. Alles ist zu viel, Bruder. Rechtlich. Ich bekomme unsere Payment. Kontakt mich auf der Außensein-Line für mehr Jobs. Gehen wir mal kurz. Dieser Krankenwagen wäre bei mir nicht zugelassen. Der springt schon mal nicht an. Der Patient wäre schon lange gestorben. In 200 Jahren. Turn left. Please proceed to highlighted route. In 200 Jahren. Turn left. Oh. Oh. Beleck. Ich möchte dich an John Brevelli. Head of the Gambetti family. Er braucht Hilfe. Ich arbeite bereits für eine Mafia-Familie. Sie sind scum. Begarita? Sie sind eine Familie. Brevelli ist der einzige Mann, der kann was man tun. Er ist in Schottler Medical Center. Er sagt ihm, dass du einen Freund mitgebracht hast. Er erwartet dich. Ich habe einen Klienten mit einem Problem. Du bekommst deine normale Rate. Um sie mit ihnen zu helfen. Du musst drei Tarkets eliminieren. In der Refinery. In der Aktor Industriepark. In der Aktor Industriepark. Aha. Ich finde es sehr witzig, wie bei San Andreas da war. Musste man schön am Anfang auf Munition achten. Dass man genug hat. Sonst ist man nämlich auf dem Schlachtfeld ohne Waffen gestanden. Hier hat man von Anfang an genügend Munition. Aber wenn man sich, glaube ich, dann keine Malonarkraft hat oder so. Dann wird es irgendwann mal ein bisschen knapp. Meine MP ist leer. Die große MG ist fast leer. Dann habe ich einen Schottgang. Und die ist halt auf Helmpfernung komplett scheiße. Hoppla. Wo sind die? Ich habe es oben drauf. Ach. 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 ganz schön hin und her kommen noch weiter rum ich habe jetzt einen zweiten versuchten einen 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 ein etwas Wenn man mir ein bisschen Köpfchen an die Sache herangeht, dass das Spiel kann nicht mehr so schwer. Ich steuere Feuerwein, ja? Das ist natürlich wichtig. Okay, haben wir den direkt in der Nähe, machen wir den. Aber Regen hat das eigentlich hier gerade gegeben. Das war eine nasse Strahlenbau, aber es ist ja kein Regenlaufen. Das war's für mich. Ja, ich bin okay. Entschuldigung über dein Bruder. Man, ich hatte ein paar Probleme. Aber er war mein Bruder. Und es tut mir leid. Poor fucking Bastard. Er glaubte in etwas. Das ist besser als ich. Ich glaube. Aber ich vermisse ihn. Wie bist du? In hier? Fine. Die Zeit in meinem Leben. Die Zeit in meinem Leben. Was bist du für? A lot of things. Racketeer. Arm robbery. Bunch of shit. I never did, cause I was always a well behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course. Like us all. But the thing is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong soul. Can you help me do that? It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Paki a call. He'll explain what I need guidance with the most. The areas where I have strayed furthest from the path. See. Aha. Your brother told me to call you. Jerry wants us to kidnap old man Ancelotti's daughter. Some fake tan, dyed-haired, guido-loving slut by the name of Grace. She's selling her taste while Pink felt her on auto erotica at the moment. Get online, organize her viewing, and snatch that bitch. When you got her, bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping or near her place though. Play along with a test drive for a while to get her out of there. It's a real mobbed up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to hell? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Someone's got to be with my mom. Aha. Sure. Hmm. Schade! Geh halt weg! Geh halt weg! Geh halt weg! Geh halt weg! Geht vertrauenswürdig aus! Ähm... Ja du... Jetzt kann er schnell tippen! Ich habe gerade jemandem eine E-Mail geschrieben, der nicht mehr am Leben ist. Wer will sie abrufen? Werde ich eine Antwort erhalten? Ich habe ein toller Follower. Hey, was ist perfekt hier? Für meine Tochter hätte vielleicht ein bisschen mehr gezogen. Aber nur gut. Oh, was? Ich bin hier froh, woher. Ich bin hier froh, woher. Ich habe sie gar nicht verschreckt, wir sind gerade alle ins Auto gelaufen. Der muss doppeln mit dem Finger. Ich bin hier froh, Patriot. Ich habe sie ohne eine Follower. Jetzt habe ich ein bisschen von dem Finger. Oh, shit. Das ist ein blöchtes Blöcht. Ich habe das Jeffrey baut. Ich habe das Ding. Ich habe daseshrocken. Du bist so viel Problem, Lipsnick. Mein Vater liebt seine kleine Mädchen. Stop this thing, you slimebag! Stop being such a fucking bitch! You've seen the last of me. I really wish that was true. Klatsch hier doch mal eine. Daddy ain't here now. You can't drive when I got the wheel! You're fucking with the wrong girl, asshole. I am Gracie Ancelotti and I... Shut up! Peace, blessed! Say doch, direkt mal eine auf die Schnauze. Ey ja, auf den PC, auf was sonst. There he is! Stevie, dump the car! I'll take this piece of ass! Guys! The beach better be worth the trouble. Papa's got some serious cash. And he pissed off Gerald's. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Und wieder einmal habe ich kein Auto. Schön. Gordon has the bitch! I'm done with her. Thanks Nico. My brother will be a happy man. I'll get things in motion. Be in touch. axi okay Okay, ähm, ich geh aber noch ein, der andere ist so, am Sack der Welt. Hallo? Oh, das ist ein Verneidelser oder alles. Wüssten wir doch bestimmt gleich so eine Hübsche haben, wenn wir wieder haben. Was ist das, Bernie? Ich wollte dir etwas geben, um zu sagen, danke für mich und Bryce. Aber er weiß nicht, dass ich das geben. Aber er hat es mir gegeben, also ist es von ihm. Was ist es? Dieses Auto. Enjoy! Ich habe nur Power Walken. Aber ich sollte das mit meinem Saviour passen. Danke, Mann. Ich mag das. Keine Ahnung. Was wir wissen, ist mehr als Geld. Ich weiß es gerade nicht, ob es schon wieder dieses Alert Cup eingepennt ist oder warum kommt nichts? Das tut mir in letzter Zeit ein bisschen zu oft. Ja, Titten. 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 Ich bin ein Kind. 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 Hey, kein Problem. Also bist du ein Freund von Reis? Ein Freund? Nein, ich mache ein paar Arbeit für ihn. Nein, ich meine Freundin. Ich verstehe nicht. Was auch immer du sagst. Er ist ein Slimeball, aber er schützt. Ich bin ein Freund, der schützt. Ja, sicher, Mann. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Er spricht vieles, aber er ist ein Freund. Ich bin ein Freund. Er ist ein Freund. Er macht eine Person von einer Mannschaft. Das ist ziemlich gut. Phil! Phil! Was? 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 Deine? Da. Euer Reiseister. Okay, come on, let's go. Okay, listen, there's a truck waiting for us. It's under the overpaste, off Captain Lampy. Drive us there. We gave you some truck, yeah, you're hokey. This one, you and me is going down for a long time. And that means that certain people are going to assume we're wrapped, which means we'll get whacked. You're working with the wrong people if you expect them to whack you if you go inside. Where's the trust, Neil? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped, then the whole organization will fall down. Whacking someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside, there's an opportunity to get the head? Yeah, anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses some. Oh, yeah, yeah, ja, yeah, 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 yeah. Gefährliche Gulli-Teckel. Von deinem ... Text aus ... Entsehe ich, dass es noch keine Ahnung hat, dass es so ein GTA Strip-Clubs gibt. Oh, warte, ich muss ja auf die Brücke, uhhhh. Und die Frage ist, dass alle russischen Kuchen nicht so dumm. Ja, sicher, das ist nur Plan A. Das ist der Grund, die Jimmy P. hat gearbeitet. Du und ich wissen, dass es nicht funktioniert. Und die einzige Art, die wir können, dass dieses Ort nicht mit dem Zucker bleiben, ist wenn alle russischen da sind sind, die Dämpfe. Also, warum nicht wir eine mehr subtelte Ansatz machen, nicht nur steuern in den Mitte? Weil diese sind die Leute, und wir müssen sie folgen. Das ist die Art, die Dinge funktionieren. Du bist nicht so glücklich mit allem, was du sagst, was du tun, bist du? Du bist der Boss. Es ist nicht so, dass ich arbeiten für frei. Nein, du bist nicht. Und ich nicht. Das ist auch nicht. Deswegen müssen wir zumindest versuchen, was wir zu tun haben. Du wirst lernen, dass es nicht so viel in dieser Welt gibt, was du kontrollierst. Es sei denn, dass du dich selbst in harm's way, weil das ist die Art, die Skipper hat es getan, oder du wirst weg von deinen Kindern, weil du eine stöpige Art, und eine militärische B**** von einem Ex-Flight. Es ist nicht so viel kontrollierst. Ich bin lange genug zu wissen, dass es ein paar Dinge gibt, dass wir keine Wahl haben. Aber es gibt andere Zeiten, wo du schauen, und kannst du eine Entscheidung für dich selbst machen. Ich kann nicht folgen, weil du siehst. Ja, vielleicht bist du richtig. Vielleicht bist du nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss den B**** und ich muss den B**** durch ihn verrufen. Ich muss den B**** gehen. Ich komme jetzt nicht zu viel. Bipi, Pass, Bipa, Pommesbiene, oh! Na, wir bezahlen halt nur. Keinen Bock auf die Bullen heute. 5 Dollar! Das ist eine Wuche! Das ist es. Keep a cool head and everything should be fine. Hey, die kommen von der City. So was. I am so sick of this shit. Ha, 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 ha! Hey, buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off! Hey, amigo, let's make this easy. I just wanna give this stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these guns! Come on! Having a good day! Nevermind- You're my daddy! Nico! I need some help here! I want one! You're okay! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was? Ich nehme den einen auf der righte und nehme den einen auf der leften. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! So und jetzt der Abflug. Okay. Mafia Conker on X. Aha. What complete. Okay. Oh. 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 ja komm mal zu Junge, den ganzen Tag Zeit, ich bin teuer ich glaube, das Spiel hat nie den Ansatz gehabt, dass man die Boots das Fahrrad direkt am Anfang heraussnockt und die Boote zurückbleiben oder es hat jetzt vergessen zu sparen Lauf, einfach, da lang Oh, fertig, ich bin unterm Pier komm aber auch nicht hoch, jetzt du, du hast aber so ein paar rote Flecken ich würde es mir mal genauer anschauen könnte eventuell lebensgefährlich sein hey Muppet gehen wir mal wieder zum Popi-Rat okay so 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 man kann ja nie wissen, ob man ein schnelles Auto gebrauchen kann oder nicht ohne nicht so So irgendwie die 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 Ja. Ah ja, Technico. Oh, was blieb's denn hier? Was hat die alle für Probleme hier? Hier? Nein. Natürlich kann's oben, oder? Nein. Hier? Ja, du b****. Smile for your daddy, Grace. Guck dir andere Pornos. Ja, das ist eine Ancelade. Ja, das ist eine Ancelade. Guck mal, Nico. Old man Ancelade won't believe his girls hold up with a guy no more. Not unless that guy is into some sick shit. Later on, Packy. Gut, fahren wir zu dem. We're safe. In 200 yards, turn left. In 100 yards, turn right. Mal sehen, was er so hat. Das ist ein Problem. My personal bodyguard wearing a wire. I raised that kid like he was my own. I beat him like he was my own son. When my son killed himself, Anthony became my son. Now it is. The world is a cunt. Where is Anthony? I heard he's wearing a wire. So I freak out. I call him up. He's such a moron. He leaves his cell phone on. So we speak. After he's gone states, of course. I mean, Jesus. What a chump. He freaks out on the phone. And I put the fear of God in him. I think maybe I've talked him out of it. Then, he has a goddamn heart attack on the phone. I'm thinking problem solved. He's dying right in front of my ears. But the asshole lived and now he's in the leftward hospital under heavy guard. Okay, okay. Of course he's got you on the fucking tape too. Of course. So you'll do this for me. So you want me to talk to him? I want you to whack him. And after that, I want you to kill all the other rats I surround myself with. Okay, okay. Don't worry. Don't worry, you liar. I mean, I'll be just a notch. Okay. Okay. Alright. Okay. We're gonna do this. Like, I'll be. Oh yeah. I'll be even. Yeah. In 10 yards. Turn. No. I have no. Take your time. Don't worry about us, working. You're a beast from what I can remember. You're kidding. I smoke men too. Wieso hat mein Auto jetzt Alarmelagern? Wer von hier ist, ist jemand anderes Problem. Gute Nacht, Doktor. Hey, du kannst hier nicht gehen. Ich würde jetzt umgehen, wenn ich alle umlieben wollen. Es gibt nur mehr Sterne. Er hat mir schon mal das Fenster geöffnet, dass ich ein bisschen mehr Erfrischung habe. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! wunderbar 13.000 der russi trox ich hoffe man soll es rausspray aber ich gehe mal stark davon aus gehen wir mal wieder zu dem hier ich beantworte es gleich wenn wir hier das kurz angeguckt haben weil ich laberte da und dann drüber und like some work my friend you got anything i have a client with a problem you get your normal rate to assist them with it go to alderney city the target you require is on top of the booth tunnel ok es gibt ein paar nicht allzu viele früh gab es mehr die plattform ursprung her auf deutsch war beziehungsweise um genauer zu sein österreich ich glaube von österreich österreich oder schweiß ich weiß nicht mehr aber nachdem sie dann mit dingens fusioniert sind mit 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 azubu oder sowas sind sehr viele englischsprachige dazu gekommen aber die fusionierung und so und die umbenennung hat gar nicht gut getan deswegen gibt es allgemein nicht mehr ganz so viele streamer hier so warte ich muss ja auf dem hochschrauber war kurz da oben drauf ich muss ja gar nicht runter in den tunnel komm verpiss dich ja jetzt schon zu lange ich glaube ich hab's verschissen ja direkt nochmal sorry brother da die das ist keine ich würde das hier keine sms zum normal machen das ist wie zu viel für seine streamer zuschauen wenn du auch du guck mal ich gebe jedem die möglichkeit da zu gucken und ein paar sind mal auf smashcast und dem her warum denn nicht was mich ja nicht extra eigentlich finde ich die plattform ja ganz cool aber so nutzt keiner schade so das kann man deswegen wenn die plattform nicht gefällt beziehungsweise eben den anderen nicht die kann ja dann auf twitch auf youtube auf mixer auf dailymotion auf streaming und so mich auch finden von dem her mich kostet nichts außer einer anmeldung nicht mal extra bandbreite ich entscheide wo ich streame und nicht die anderen ich bin jetzt ein wick ich bin jetzt ein wick ja das habe ich aber, das kann mir keiner verbieten das nicht zu tun das streame ja nicht extra und wirklich dagegen hat auch niemand von dem her macht jeder gehen sie aus dem weg hier ja hier müssen mein büro mehr als geld abdrehen können sie mir nicht und da habe ich noch nicht mal einen sender mit verdienen von dem her ich hoffe klingelt noch das telefon ich habe das Geld abdrehen können 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 ich habe einen klienten mit einem problem endlich wieder die gute knalle Das war's. 3.2 km Turned left Schein Schein Problem gelöst. Direkt das nächste. Wunderbar. Na warte, meine Karre steht ja wieder da. Gar nicht gesehen. Soll ich mal wieder in den Bau gehen? 10, 1. 15, 2, 1. 2, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jahrgang démarche. 20, 13, 12, 31, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 14, 16, 19, 29, 29, 30, 35, 30, 35, 34, China. gut muss er mich gar nicht was haben die autos denn für anlasser hier okay Okay, next set. Okay, next set. Was wird passieren, wenn ich die Nummer auf seinem Rücken mal anrufe? Ich denke, du und sie sollten in einem glamourischen Ort gehen. Zeig dir ein neues Rad. Dann wird alles gut zwischen den beiden. Aber schau dich scheiße, Frau. Oh, mein Auto ist jetzt endlich mal wieder da. Vorhin wurde das Kanal weggeportet. Das geht ja gar nicht. Oh. Oh. Also, dass wir eigentlich der Fijkmodern Partner machen? Alltså, das wäre eigentlich der Fijkmotor. Musik Ja, 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 ja! oh man ich hätte ja müssen in die seiten das gibt mich aus dem weg dieser ladebalken spackt einfach so hat mich lange geladen wie ist auf dem hofer raum der schütze direkt Und die werden direkt eigentlich schon tot, weil zwei, drei Schiffe gingen mal so durch den Körperraum in der Regel durch. Oh, wir sind ja schon da. Ich mache den Hüten, wenn ich sie sehe. Oh, nein. Ich habe die Worte. Niko, mein Mann. Katie's taking over on my duty, so I'll be watching this Guido bitch for you. Where is she? In the trunk. She don't play too nice up front. Gracie, Gracie, act nice now. You motherfuckers, I'll rip your cocks off! Help! Help me! Let me out of here! She's a wild one. No, I'll kill her! I'll try to calm her down. See you later, Niko. No, I'm gonna fucking kill you! I'll fucking kill you! Stop! Ich brauche ein neues Auto. So, er hat mich angefahren, sein Auto gehört jetzt dementsprechend mir. Ja. Was haben wir denn noch? Wer haben denn? Ach, doch, doch, doch. Ja. Mittlerweile echt so ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit immer von Punkt A nach B zu fahren, dann ein paar abknallen, dann nach Punkt B und C zu fahren. Und dann wieder zurück zu Punkt A. Und hier zum Schluss hin, das zieht sich übel so. Immer exakt das gleiche. Nichts geiles aktuell. Ich bin mit einer, wir können ohne Euer Mannschaft darbe haver mixed und scheitbar. Wir kommen von einer, wir können familibe- Derzeit ist die es im Raum. Er ist die, die wir veröffentlich sind. Wir müssen die Menschen cerken. Wir können die Menschen überraschend werden. Wir können auch endlich ausklarieren, in diesem Land. Wir können die Menschen überraschend werden. Wir können die Menschen überraschend werden, Wir können in... von zwei Uhr eher. Ich bin mit einer. Ich gehe jetzt so ein wenig, aber ich sage, dir etwas mit ihr fiss. Ah, da der andere in mir kriege ich auf von Saulo. Wir nehmen noch Taxi. Ich weiß nicht, dass ich jemanden. Der ist richtig. Die Russischen haben nach Charlie McKay gezogen. Sie haben gesagt, das Top-Ancelade-Koppo, dass es uns die Schmerzen haben. Wer weiß, wie die Föße machen, das? Ich habe niemandem gesagt. Es geht nicht. Was muss passieren, ist, dass du aus Chubby Charlie bevor er es in den Algonquin für die Telekomitee zu machen, dass wir die Ancelade-Akunft abnehmen. Also, ich gehe in die Fakette, und ich hab das Schmerz von Charlie. Das ist richtig. Ich werde viel zu tun machen, damit niemand denkt, dass ich nichts zu tun habe. Ich werde nicht nur ein Witzel-Dixie schießen, weil niemand, niemand magst. Oder ein Witzel-Blower. Wenn du siehst, wenn du 200,000 Eurohörstst, 30,000 Eurohörst, 30,000 Eurohörst. Keep es zu selbst. Ich werde nicht die Töne sein. Ich werde nicht sehen, dass du es. All right, jetzt die Art ich sehe, Ich werde dafür gehen hinten oben, wenn ich den Weg finde. Ich werde den Weg finden. Ich werde den Weg finden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR um Jetzt ist dein Zeitpunkt! GBP hat gesagt, dass ein von seinen Low-Rate-Güssen zu versuchen, mich zu verabschieden! Glückwunsch! Ich wünsche dir das. Multiplayer is working now on Steam. Hm, okay. Did I revive the multiplayer or what? Oh. Last time I tried it, the multiplayer won't work. But maybe over Steam. Last time I tried it, I used the newer CD version. Oh, come on. You! Even if you take me out of my top of my top, you can't defend it. Straight to the commission! You didn't mean to be a sprint! Fuckin' sprint! Fuckin' sprint! Fuck! 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 Fake! Fuck! Fuck! ующie. ...hä? von ganz auf dem Dach oben aahhhh Gott man Könntest du die Leiter hochgehen? Komm, auf. Komm, auf. I better not crash! Shit! Motherfucker! You don't need to worry about the fat man singing. He's lost his voice. That's a real shame. How about them swingers, huh? Great work, man. Great work. No! Let's go! Don't make me kill you! So, hmmm... Erstmal wieder speichern! We are dead after another shocking shootout at the auto-erotic car shop in West Alderney's yard. Die Karre trifft der Dübe! Right! We have taken a number of possible suspects into custody. They're currently being extracted to one of our offshore questioning centers. And while this incident was an act of terror, we only had their confessions. And this attack is gone. And what is concerning the police who suspect the mob war is raging by the Liberties series. Five families, let maybe help them find families as well. Including the elderly mob. Five ex-returned levels sought to be included. The police but no one wants to fly. 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 und so Chris? Chris? What the hell?! Ja, okay. Take care, now. I'll see you later. Give me a call. Hey. It's not what it looks like. Okay. It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help one time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No. I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. We're heading back up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting. He's just been sitting there? Yeah, call it a calling off period. We took it, but we don't know who was watching it before here. So you'll just laugh it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear real easy with that shit. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife. And she was smart enough to move my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's going to go down easy without any trouble. That's what keeps me alive and out of that pen. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious guarders talking into earpieces. If none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. That's all you want. That's all you want. That's all you want. What a mess. What a mess. Was so ein beschissener Trift. Ich habe den Horsen in zwei Autos für dich. Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht gut. Sch***, Franky, du hast es gemacht. Die Betten haben wir uns immer wiederholt. Nico, in den Auto und folgt mich. Ich habe ihn geflogen. Ich habe ihn geflogen. Ich habe ihn geflogen. Es ist ein Schmuck. Sch***, du hast du dich! Du bist so schmuck, du hast du dich! Du hast du das 50 fans zu schauen, die Autos zu finden. Ich habe mich für Phil nur mit etwas... Ich habe mich nicht überrascht. Was macht der Bulle? Der Vorteil? Ich habe mich nicht verfolgt. Oh, schade. Oh. Hey, da ist der Ball auf meiner Auto. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also mich verfolgen? Oh, doch. Ja, die Bullen sind auch noch besser. Ich glaube, das liegt in der Mission. Ich kann noch nichts unsparen. Gießen. Unsicherheit wieder alles machen. Ja, ich glaube, das ist alles gescriptet. Außer der. Moment. Eben gelöst. Muss Adana noch kommen. Er rüscht jetzt hin. Wow. Das ist Ihr letzte Warnung. Jetzt aufhören. Jetzt aufhören. Sehr geil. Wenn er jetzt aufhören hier rausballert, kriegt er wahrscheinlich gleich eine rein und dann stirbt er. Ja. 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 Okay, Leute. Scheiße. Entschuldigung. Nico. Du hast gut gemacht für mich. Es ist ein bisschen verdammt verdammt verdammt. Aber du hast dich ruhig. Du bist ein guter Erner. Ich hab dir rechtes. Ich hab dir rechtes. Okay. Wir sehen uns, wenn wir zurückkommen, bevor wir anfangen zu sprechen. Soll wir? Das ist nicht vorbei, bis wir die H in einem sichersten Ort. Du bist richtig. Ja. 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 Drift. 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 Ja. So. Ich kümmere mich hinwohl um die anderen. Aber ich hab auch keinen Bock auf die. Ich bin ein Wiener. Ich bin ein Wiener. Ey, ich weiß, dass ich da was abspeichern kann, ich möchte aber nichts. Ist gerade die Musik oder drehe ich hier denn diese Lübel hoch? Bim, bim. Ne, ich zicke küsste, ey. Aus dem Weg. Oh nein, ein Fallfahrer. Ähm. Brauchen wir das? Nein. Die Bullen waren schon da. Die können den Unfall aufnehmen. Die sind einfach falsch geparkt. Da war gar kein Vayne. Der sie alle weggeräumt hat. Komm her, der, der Kack, Vayne und Fette sind da hier drin. Fähig gerade. Und so ein Panzerverschnitt hat nichts. Interessant. Höchst interessant. Ach, dass er knackt sieht. Nein. Machen wir nicht. Okay, der Titel ist jetzt schon wieder cool. Hey. Mit der Tag. Was ist falsch? Da gibt es gute Nachrichten und da gibt es schlechte Nachrichten. Die gute Nachrichten ist, dass alles zusammenkommt. Die schlechte Nachrichten? Es wird mir nicht schmerzen. Ähm, was du sagst? Du willst, dass ich es ausdrücken? Nein. Ich glaube nicht. Danke. Ich werde dir einen Anruf geben und erklären. Der Mann oder Frau. Sie werden uns auf die Nachrichten gewinnen. Sie werden uns auf die Nachrichten gewinnen. Schauwärterlich. Es ist nicht nur ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich glaube nicht. Ich denke nicht, ich werde rausgehen. So. Es war ein Schmerz. Du schaust nach dir. Ja. Yeah, mach es wir. Ich bin die Kuperik, bläht. Großes Schicke Candy Van. We're gonna have to leave the whole house. Oh, I see. Maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. We'll wait for you, man. We need to get a problem now. Oder was für ein hin und her Gefahr hier. Schafft die Karte das? Was ist der Weg? Oh, ich muss abrufen. Oh, der andere wäre mir jetzt zu streichen gefahren. Nee, dann. So, gefährlich hier. Ich mag den Radiosender. Geht doch weg. Für die nicht, hier trifft ein Bus. Oder so ein Candyman. Wow. Wieso jetzt kalkuliere ich den Radiosender? Oh, ich. Hm. Achso, ich habe doch, äh. Stimmt. Oh, der hockt ja da drin. Ganz vergessen. Okay. 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 Becky, mein Mann. Wie sind Sie mit Gracie? Wie sind Sie mit der Hüte? Wie ist die Hüte auf der Hüte? Nein, das ist richtig, Gracie? Nein, ich bin mit Gracie. Sie war nur so, wie sie lieben Sie. Was sind Sie von Nico, Gracie? Ich bin mit der Hüte. Gracie, bemerkst du deinem Mund. Nico ist ein guter Freund von mir. Ich bin mit ihm. Fuckin, 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 fuck you! Gracie, you're sweet! I know, I'm too good for him. But sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Fico here. He's got his uses. I'm gonna be like a fuckin' UFO. That's right, he is definitely a bad influence on me. MADFUCKER! Oh, fuck! You can't... MADFUCKER! Guck mal, sich die... Ich guck mal, ob's die stört. Dex, drive safely! Unsicher. Ich hab ne Geiser verrückt. Egal. Ich kapier die Insel hier nicht. Nie kapiert. Gute Mute Weg. Immer rundherum zu fahren. ... ... Jesus Christ! Schick einpacken. Mal gucken, ob wir jemand da haben. Schick einpacken, beide von euch! Oye! Wir legen die Augen in die Mitte und gehen zurück. Dann senden wir die Mädchen. Wir gehen, und du holst die Sachen. Entschuldigung? Sicher. Schau uns die Gute. Komm zurück zu mir, Lieber! Letzt sie weg! Servus, Kevin! Markus! Markus kann auch ein Nachname sein. Interessant. Wusste ich gar nicht. Ah, die Meli hat sich umbenannt. Die Aparensch der Reisebeutel. Alles klar, den Namen finde ich gut. Er stellt einen Sack Reis um. Nika Balik. Wie war es? Wenn auch immer etwas von mir stammt, dann bist du nicht weit weg. Ich habe nie etwas von dir, Mr. Bulgarin. Dieser Mann, der Big Peddick und seine Dominikanin Beech, haben meine Diamonds verloren. Und du hast versucht, die Thieves zu robben, um mich zu robben. Kannst du es? Ah, die Teufel ist super. Ich weiß nicht, was du mit dem Mann getan hast, aber wir sind nicht hier ohne die Diamonds. Das ist gut. Oh, mein Amy ist heute wieder so unfreundlich. Alter. Ich hoffe, ich werde noch eine anladen. Ich gehe mit dem Mann von oben. Ich gehe mit dem Mann aus. Oben? Hä? Wo oben haben wir einen? Weiß nicht wo. Munition. Ja, ja, chill. Munition aufsammeln. Und die Schulter. Oh, lecker, lecker. Dagegen. Oh. Wollt ihr den alle ab einmal hin und spawnen, hm? Macht ihr viel zu viel Sorgen. Ja, ja, ich bin hinter dir. Ganz weit hinter dir. Munition schnurren. Okay. Wollt ihr? Du wirst sterben, mein Freund! Jesus, Nico! Es gibt mehr als mehr als mehr. Ah! Da hinten. So weit geht der gar nicht. Ah, nehmen wir den. hey. Fats. 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 Hey. Was? Oh, ich habe es koppelt. Oh. Oh nein, da kommt noch einer. Hallo. Da fahren sie davon. Wo ist der Typ jetzt gerade hin? Das war nicht der. Hm, doch. In den Kamer. Ja. Seine Augen. Kam raus. Ich komme hier runter. Oh, ich muss wieder da rumlaufen. Oh. 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 Ich hätte es nicht mehr Geld aus diesen Däumen gemacht. Ich habe eine Verwaltung, dass diejenigen, die Ray Bocchino hat mich für eine lange Zeit gemacht hat. Das ist ein schlechtes Glückwunsch. Ich und ein paar Biker haben versucht, sie zu einem Däumen-dealer zu verkaufen. Und das ist ein Blutbad. Das war, wenn die von Gracie von Gracie haben sie getötet. Sie haben sie von dir? Nein, sie haben sie von den Leuten, denen ich sie habe. Scheiße, diese Diamonds haben in Probleme, seit Ray zuerst hat sie sie aus der Träne wieder genommen. Es ist gut, dass sie auf dem Weg zu einem Landfeld irgendwo. Es gibt einen Platz für sie, und die Bevölkerung der Liberty City hätte es höher gewesen, wenn wir es hätten. Ihr könnt ihr euch nicht mehr sehen? Welche Diamonds waren sie denn? Sie sind nicht Rays, ich kann euch das sagen. Vielleicht gehören sie zu diesem homosexuellen Mann, Gracie Spray. Ich weiß nicht. Was ist da hinten so? Ja, Pecky ist ein homosexuellen Mann. Mal ihn halt ab. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, dich umzuwenden? Ich habe einen japanischen Rayspoil. Achso. Das ergibt sie. Oh. Ich hätte ja irgendwann einfach mal... Ah, wie ist dieses Scheiße. Mal fünf Meter in die falsche Richtung fahren. wäre auch machbar gewesen. Das würde auch schnell reingehen. Alter, jetzt ist eine richtige Abzocke hier. Erst bezahlen, dass man runterfahren darf. Dann nochmal bezahlen, dass man hochfahren darf. Warte mal, Bolle. Ah, ich weiß nicht, ob ich heute Leute grüße, also das muss ich mir mal überlegen. Ich kann dir heil sein, aber ob ich dich grüße? Hm. Das sage ich, ich grüße. Schönen guten Tag. So. 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 So, äh, nee. Wo sind wir denn? Den haben wir ja direkt da. Das ist doch gut. Wo sind sie? Liberty City, ich weiß nicht. Sie wurden in den Trafiken getrunken. Wow. So. Servus, Pizza hat die YouTube-Fisch. Oh, was ein Name. Was auch geht, Herr Fischer. Das ist gut. Das ist gut. Na, wo ist sie da? Ja, gut. Das mit der Rechtschreibung müssen wir noch mal üben. Auch mit Z zu schreiben, das darf man nur in speziellen Fällen. Hat sich online spät, das kann keiner mehr so richtig. Muss noch mehr oder weniger gehen, aber gut nicht mehr. Spielt jetzt jeder eh nur noch GTA 5. Gehen wir da rein. Ah, das war der Omba. Oh, so you're the one who's getting involved with that nonsense for my dear friend, James Pegarino. I don't know what you're- Spare me, please. I'm an old man. I ain't got much time left. Our mutual friend told me everything. Thank you. It made me laugh. My pleasure. Der Herzschlag-Dinger da, der sieht komisch aus. Der läuft unregelmäßig. Some people? All people. Even you, even me. An old man facing the end. And I still care. Care how I look. Care that when I shit myself, the pretty nurse has to clean it up. It's ridiculous. Yeah, well, uh. You know? And I care about my legacy. I've worked hard for this, this line of work. Now some Russian assholes think they can march in and take control of rackets. My family has run for 50 years. You mean 50 years of you bleeding the city dry might finally come to an end? I know it's a terrible tragedy. But if it wasn't me, it would just be someone else. So it might as well be me. Yes. Let me tell you. That faggot friend of yours, Bernie Crane, his boyfriend, he's being blackmailed by them damn Russians. They want him to put certain contracts up for tender, windows, bus lines, cleaning, ones we control. These Russian fucking bastards are trying to finish us. What do you want me to do about it? I want you to work with me. In exchange for what? The police have a file on you an inch thick in exchange for that. In exchange for that guy you've been asking about being brought here from wherever it is he's hiding Switzerland or some shit. Okay, good. What do you want me to do? A good friend of mine is coming into town to give a speech on the new threat to Liberty City. Russian organized crime. I got a feeling some people ain't gonna want that speech to happen. Maybe the guy you love, this Dmitry Raskolov, has an interest in keeping the story out of the press. Make sure that our boy gets the city hall. He's coming in from upstate. He'll be at Grand Eastern Terminal on Bismarck. Das mit Dimitri und so, das weiß ich. Ich hab GTA schon mehrfach durch. Ich schieße gerade nur aus. Spaß nochmal. Von dem her, ich weiß, wie es ausgeht. Ich hab auch schon beide Enden gehabt. Also Roman tot und Gate tot. Ob ich GTA 4 heute noch zu Ende mache, keine Ahnung. Und auf meine Laune an. Kommt drauf an, ob das Spiel mich abfuckt. Gibt's ja manchmal. Und abgegeben, falls andere Personen mich nachher anschreiben für ein paar Multiplayer-Runden. Mit Leon und Sputalcron oder so. Aber das ist halt dann von denen abhängig. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Lässt sich schlecht planen. Ich hab gerade den Bullen-Karren mal gestriffen. Keine Bulle bekommen. Ich mein, hab ich hier so'n Panzer, kann ich mir alle aus dem Weg schieben. Aber schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich hätte auch können den Alarmarm machen, fährt mir gerade ein. Dann werden wir alle aus dem Weg gewahren, naja. Ach, PSN meldete ich nicht an. Ah, okay, das ist was anderes. Gut, wer spielt auch sowas auf einer Playstation? Tag. Du wirst mich warten? Nico Bellic, oder? Ja, das ist ich. Bleib im Konvoi mit uns all den Weg nach City Hall. Okay? Sure. John, wie geht's? Zeit, in die man hat so übelst gehackt, dass es geht. Aber standardgemäß geht das nicht. Natürlich. Ich komme, um dich zu sehen, als ich die Gespräche mitgebracht habe. Nicht sagen das, John. Du fühlst mich wie ein Teenager wieder in kein Zeitpunkt. Ja, mit Xbox, aber kein GTA. Ich glaube, Rocket League funktioniert, aber kein GTA. Er unterstützt. Ja, im Prinzip so. Gibt's ein Problem zwischen Microsoft und Sony? Oh ja, gibt mir keine Knarre in die Hand. Das ist vielleicht nur etwas gefährlich. Ich kann mich auch durchboxen. Der ist gut. Der hat mit der Sache nichts zu tun. Der hat doch frei. Ich bin so confident. Ich bin so confident. Ja, sehr bravendig. Äh, neuer. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich philippe dann? Ich verstehe jetzt gerade nicht. okay rückwärtsfall dumm gestürzt und raufgegangen nicht wegen meinen schüssen wieviel kommen denn hier noch? ich kapier's gar nicht oh echt magie zur hölle das ex briefkrasch ne der ist ja echt ja ich hab auch meinen geschafft aber spielts ehrlich gesagt nicht mehr meistens dann haben wir noch ein paar private runden aber das haben wir schon zu sehr kaputt gespielt russien bruder immer schön auf die fahrer warte kugel ne wir cheaten nicht ne keine aufwahl ne 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 durch. Jetzt geht die Erwähnung gegen Angeweide und mal wieder auf Spaß. Die GTA 5 Story habe ich auch schon dreimal durch. Ich bin aber dann beim Schluss geblieben, dass alle drei überlebten. Und ja, ich spiele ja zum Glück. Sonst hätte ich schlechten FPS-Counter rechts oben und es würde nicht so gut aussehen in 4K. Gut, hier habe ich ein paar 60B. Aber immerhin mit 60 FPS. Ich habe den Handy hier für ganz vergesst. Dmitry Raskolov? Ich habe es geschützt, ich habe es schützt. Dmitry Raskolov. Dmitry Raskolov? Nicht schützt, der hat es sich weiterholt. Ero, Dmitry Raskolov. du Leben der Peklitz, und dich nicht schützt. Dmitry Raskolov. Ich bin entschuldig, oder vielleicht die Thug, die mir verletzt werden sollen, doch. Ich kann nicht glauben, dass du von meinem Freund, Rey Bulgarian, ganz klar. Erst in Europa, und dann diese Zeit in Liberty City. Du bist in Dez zu ihm, Nico. Warum nicht nur für ihn, was du wohnst, und wir können alle zusammenhängen. Ich habe keine Dez zu Bulgarien, Dimitri. Und das nur was ich für dich ist, ist ein Blut für den Tempel. Du wirst du in der Hölle bezahlen. Du hast eine scharfe Zunge, Nico. Es ist nur ein Wettbewerb, bevor es aus deiner Mauten getötet wird. Goodbye. Ja, Michael ist so der, der normal, die Bibel, ein bisschen normal geblieben. Wobei, ähm, Franklin eher der Normalste von den Ganzen ist. Und ja, ich habe auch ein Gate-Uni und Lost and Damned durchgespielt. Nur jetzt gerade nicht mehr installierend. Ich habe jetzt nur GTA 4 runtergeladen. GTA 5 einfach. GTAs sind nie wirklich schwer. Immer nur so, auch Granaten, Ernsthaft. Ähm. Es ist immer sehr einfach gestrickt im Groben und Ganzen. Es gibt nie wirklich was schweres. Und wenn, dann ist es nur, weil man selber mal kurz nicht aufgepasst hat. Ja, das ist das, warum ich eigentlich auch keine, nicht auf Konsolen spiele. Ich meine, da gibt es ja ab und zu mal so Probleme mit, ups, Online-Spielen. Und vor allem GTA 4, wer nicht mehr unterstützt vom Online-Spielen. Und, ja, auf dem PC gibt es bestimmt mal irgendwelche Hacks oder so. Dass es über Privates aber geht. Stell die Zielperson und schalte sie aus. Gerne. Fertig. Da war einfach mal direkt noch ein. Ich weiß nicht, was er mit Granaten da machen würde, aber gut. Für was habe ich gerade Granaten gekriegt, ey. Die Schutzweiße, als er es gebraucht hat, zum Teil ein bisschen eingesteckt hat er. Granaten. Turn right. All right, man. You got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. The target is in a car. They're moving around, Alderney. Take them out. Endlich mal ein bisschen moon, was ich gebrauchen kann. Du hast mehr und mehr weiter? Du musst es zu deiner persönlichen Armee machen. Wann geht's? Oh Gott. Hier weg. Ich muss weg. Da, schtul. Da, schtul. Ich glaube den Konvoi, fühlt mich das Navier auch mal bis zum Ende des Konvois leiten Ich finde das angenehm Warum jetzt der Dinger direkt explodiert ist, ist mir auch neu, aber ist ok Ciao Moment, hier geht es auch gar nicht weiter Ich verfahren Boah, den ganzen hier wieder stoppen Wenn so eine Schottlaube wie die jetzt schon wieder ist, kommt man ja nirgendwo hin Ok, weg Nein, warum steht da jetzt so ein Wichser rum? Mongo Ich gehe speichern, ich glaube speichern Oh So, gehen wir ins Bett Ich glaube das müsste funktionieren Die sind immer in GTA 5, da müssen immer eine Rolle spielen Und ich habe die schon mal beantwortet, ich habe Minecraft Ich weiß nicht ob du das nicht mitbekommen hast, aber ich habe Minecraft aber ich spiele nicht mehr Musik Ich bin mitbekommen Ich weiß nicht, ob Ich werde es wir sehen t , dass wir ein Davon Much đi Der war 6M hier cool, warum ich jetzt auf der Zahl ein bisschen langsam aber nicht schlecht. Das Auto kriegt er jetzt als Geschenk, das werde ich definitiv nicht mehr. Also, ich gebe dir meine Worte, Pegg. Du machst was du denkst, was du bestest. Ich glaube. Finalmente. Ich meine, ich glaube nicht, was er sagt. Ich glaube, dass du besser bist. Entschuldigung? Relax, ich habe nichts gesagt. Look, entweder wir machen die richtige Calle, oder wir enden in prison. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. I'll see you later. Boss? Gentleman? You're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, yeah. Okay, talk guy. Boss, I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, Boss. But think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Zum Beispiel die Kameraführung. Die ist ein Problem. Maybe you heard. I got served papers today. Phil yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Ancelottis. Somebody got to my people. So, what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see, go see. I shut them up. When bloß nicht der, der redet. Hey, was ist das jetzt? Wo ist meine Mission? Dann nicht. Dann nicht. Ich dachte, jetzt zerruft mich an. So, jetzt darf ich gleich wieder umdrehen. Oh. Ja. Ich bin sehr alt. Ich sehe sein Auto. Ja. 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 Okay. Oh, geh weg. Halt die Mühle rein. Du siehst doch, dass ich am Abbiegen bin. Scheiße, ist die Karre langsam. Was wiegt die? Fünf Tonnen. Geh weg. Aus der Weg, Fußgänger. Geh weg, Fußgänger. Geh weg. 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 Nicht um. Ja, in Alderney City. Don't worry, I'll take care of it. I've paid him new soul. And if it is with a fat girl, please proceed. I want to do it. Now I'm finding the shop's characters in a nice school. Jesus. In Kram kann ich mir jetzt nicht rein. Oh, ich hätte wieder einen Krankenwagen nehmen sollen. Dieses Mal mit Alarm durchfahren. Sehr schlauer gewesen. Oh, hoch. Gerade noch. Hoppla. Die Kaffee gibt. Und der Karre kann man immerhin an der Wand ganz gut unterhalten. Warte, ist es schon hier? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. oh my god Du bist ein Mann! Du bist ein Mann! Ich habe einen Lockdown! Aaaaaah! 2-Anim. Premium. 2-D. Ich hoffe mal vorsichtig an. Oh! Das war gemein. Servus für ein Mannkiller. Okay, langsam. Nicht schießen. Der hat vergessen wie man läuft. Oh! Natürlich nicht! Oh! Natürlich nicht! Das war's für ein Mann! Ich habe das Interesse, vielleicht? Ja. Wir müssen uns jetzt nicht wiederumführen. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Oh Alter, was wird heilig, ob er fliegt und ein bisschen knabbeln wird, rücker rüber hier. Was haben wir jetzt wieder für eine Hard Rock Radio hier ausgewöhnt? Was ist hier? Dort! Dort! So weit bremsen! Hier wird knapp. Moment, liegt ein Waffenladen da irgendwo? Die gehen erstmal rein, kaufen noch mal das Weste. Wir können es beim nächsten Mal wehtun. Oh! 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 Keine Ahnung, was das Moppet hat. Also ich habe es nicht so schwammig in Erinnerung. Ich glaube ich spiele immer noch mit zu viel FPS. Oh, ich mache was lustiges, pass mal auf. Geh da hin, kauf das. Oh lustig! Genügend Munition haben wir. Okay. So. Ey. Wir können sich hier direkt behandeln müssen. Oh. Es geht um Probleme und Lösungen. Ah! Nico! Nico! Ja! Ihr kennt uns bereits. Nico, gut zu sehen. Interessante Freundschaften. Ja, sehr interessant. Der Mayor wird hier in einem Moment sein. Und ich habe zwei Senatoren, die später kommen. Jeder will, um eine Läge zu sterben. Jeder will, um die Glamour von der Vergangenheit. Jeder will. Jetzt hörst du was ich gesagt. Ja, ich hörst du was gesagt. Nico, unser Freund hier ist, sagt mir, dass die Ancelottischen mit den Russischen. Ancelottischen? Ich weiß diese Leute 73 Jahre. In 1972, ich hätte ihn verletzt, aber ich habe ihn verletzt. Und das ist wie er mich verletzt hat? Unglaublich! Und jetzt ist er die Drogen mit Ivan, der schrecklich Terrible! So, was wir sagen, ist, das ist eine Sache der Sicherheit. Nationale. Normalerweise, ich weiß nicht über Kokain. Es hält die Menschen in Kraft. Aber das ist kein Problem. Okay. Was ist meine Rolle in das? Das Distributionnetwerk ist eine Fläche von Vans, geparkt in einem grossen Wachstum in der alten Stadt. Das Produkt ist gepackt in den Fräumen der Vans, bereit zu werden, um überall über das Land zu verletzen. Zerstörst du alles. Was auch immer es braucht. Und für mich? Für dich! Ich habe ein echtes Gift für dich. Mach das fertig, dann sprechen wir. Okay. Dann werden wir das mal tun. Witzige Knoll, hat mein Moped umgeworfen. Ich glaube es nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Moped falsch ist. Dass das so hart abdriftet, wenn man ein bisschen beschleunigt. Macht es wieder irgendwie lustig zu fahren, aber irgendwie, wenn es nachher drauf ankommt und ich mal mit so einem Ding wieder flüchten muss, dann könnte es durchaus nervig sein. Aber naja. Da wird es wieder eng. Hoppla. Nichts passiert. Ein Glück gibt es hier einen direkten Burger-Laden. Ich glaube ich weiß, wieso die den hier hingesetzt haben. Das ist schon offensichtlich, ja? Ach hier. Da brauche ich drei Stunden noch mal. Mofuckert! 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 Ich fahre ab so weit glaube ich nur nach Auto. Das ist ja furchtbar widerlich mit dem Moped hier rumzufahren. Mal kurz gucken, gibt es hier irgendwo einen Hot-Docs-Bahn? Nichts zu spachteln hier hilft er. Ohne Scheiße, es gibt hier nichts? Ah, ich bin der Name, ich muss aber nur mit dem Chur singen. Ich bin der Name, ich muss auch behalten. Ich bin der Name, ich muss für dich einmal nach Essen foarte heiße. Ich bin der Name, ich muss die Reise schulfieren. Ich bin der Name, ich muss das nicht... Nein, ich muss mich immer noch bevorzugen. Da liegt meine Schutzwässer, wow. Hmm, wenn wir gehen, okay. Hmm. hmmm also wir sind leider aufs oberste dach aber nicht umsatzweise hoch ok du hast jetzt keine gebrauch weißt du mann die mission hat man ein bisschen abgefekt da wusste man dann mittlerweile wie man gehen musste aber jetzt gerade auch nicht mehr bisschen lüften ist vielleicht den ein oder anderen vom rach snipen und dann gucken was passiert wie sind die auf mich die schießen auf mich klasse noch mehr menschen involviert als ich eigentlich wollte mhm die biker schwucht gab es hier hinten nicht den weg hoch oh feuer von da oben ok bleib zurück aber ne hier komm ich nicht hoch ich muss also und direkter ich hab hier immerhin eine leiter ja alles klar jetzt krieg ich polizei mhm für was für das dass der andere sich hier gerade das haus auch runter gekippt hat oder was ich glaub ihr spinnt ich glaub ich hab das ganze falsch angegangen würdest du rüber gehen? irgendwas gut die komm ich nicht hin dass ist gut Oh, Piekse. Jetzt hat er. Ich komme hier eigentlich unendlich nach. Langsam beginnen die auch hier beim rumballern. Gutes abgeschlossene Areal hier. Den Kopfschuss da passt. Normalerweise ist man beim Kopfschuss drauf. Ja, ich bin der Hero. Oh oh. Okay. Oh, haben wir jetzt doppelte Leute? Ich habe hier eingestellt, dass ich das hier... Naja. Da passt doch was nicht. Hey! Könnte tatsächlich... Munitionssparen sein? Nöööö. Warum wirft er die denn so scheiße? Alter, warum wirft er denn die Dinger so kacke? Oh, was ist er denn von dir, dass du auf Holger gekriegt hast? Warum ich jetzt gerade... Hattest du das nicht gespeichert? Hm? Wo kommt der Bulle her? Ich bin dein Lieblings-Youtuber. Aber ne, ich bin jetzt nicht mehr dein Lieblings-Youtuber. Weil ich habe kein Fortnite. Und ich habe es auch nicht vor ihm besorgen. Warum gibt es da Mundion? Wenn es da 마음 erhebt, dann ist das normal. Soll er. cardboard, Ed. 43. 44. 45. 47. Vielen Dank. 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 Es war gut und insofern, dass ich mit ihnen sterben. Wenn ich diese Zeit wieder leben kann, würde ich lieber lieber sein, zu sein, in der Pid, mit allen anderen. Das ist alles, was für mich ist. Was bin ich gut? Was ist mein Traum? Ich schaue mit dem, denn das ist alles, was für mich ist. Ich werde dir sagen, was du bist. Du bist ein guter Freund, und ein guter Freund. Du hast immer Integrität. Kein Fall, was du sagen, Es gibt Humanität in dir. Du hast immer die Macht, um gut zu sein. Es ist wichtig, dass du das glaubst. Vielleicht werde ich es anfangen, wenn Darko da ist. Das könnte mir ein paar Perspektive geben. Dieses Killing muss aufhören, irgendwann. Once das ist getan, dann musst du zu vergleichen. Denken an deinem Zukunft, anstatt an die horrible Dinge, die zu dir haben. Zu uns! Zu allen uns! In der Vergangenheit! Nachdem das ist getan, dann können wir über Vergangenheit und Redemption sprechen. Jetzt ist nicht das Wundereledge. für solche Gespräche. Meine Liebe! Das ist das Wundere, hier ist, wo es alles Ende endet. Das ist das Wundere. Hier ist nichts. Heute, Es ist nichts. Es ist nichts. Das ist hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin derjenige, der überlebt. Wir sind Freunde, aber ich bin nicht Freunde. Freunde, Freunde. Freunde, die Koran und seine Leute getötet. Meine fucking Freunde. Weil von was? Weil von Schein. Lies. Fucking Lies. Also, das macht es okay, zu stammt deine Freunde in der Tür? Wenn alles, was du glaubst, ist mir gezeigt, schweig. Ich schweig. 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 Wie viel? Ein Tausend. Schweig. Du hast meine Freunde für 1.000 Dollar. Wie viel hast du dir bezahlt, um zu schweig? Du hast mich verletziert. Du hast mich verletziert, du verletziert. Du hast mich verletziert. Du hast mich verletziert. Du hast mich verletziert. Nico. Komm mal. Schau. Lass uns gehen. Lass ihn zu spüren. Er weiß was er getan hat. Es sieht nicht aus, wie er seine Leben zu verletzt hat. Komm mal. Ich will ihm eine reinhauen. Nein. Hat er meine Freunde für 1.000 Dollar genietet. Schalt ihn aus oder verschwinden und lass ihn am Leben. Es scheint, dass Leben für ihn mehr schweig sein wird als Gott. Lass uns gehen. Wo bin ich? Was ist dieses Ort? Ich meine, nun kriege ich keine 1.000 Dollar. Aber ich bin ja auch nicht so billig. Ich bin ja auch nicht so billig. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Dann treffe ich nicht mehr. Direkt der Herrschaft hat keine so eine Sauerei gegeben. Danke. Danke. Das war für alle. Das war für mich. Okay, Nico. Es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Lass ihn da. Das können wir machen. Wir können auch jedes schöne Taxi nehmen. Warte auf Roman. Halt dein Mann mit Roman hier. Ich muss erst mal ein Auto besorgen. Warte auf Roman. Warte auf Roman. Halt dein Mann mit Roman hier. Ich muss erst mal ein Auto besorgen. Warte auf Roman. Wie ist es, wie es fühlt sich? Ich weiß, wie es fühlt sich so fühlt sich. Ich versuche, es alles in zu nehmen. Ich versuche, es zu nehmen. Das ist das Moment, wie du wirst. Du bist so lange. Wie ist das, wie Sie nicht wissen, wie sie fühlt sich? Ich meine, ich weiß, ich nicht. Ich fühle mich. Ich fühle mich, okay? Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Es ist nichts. Es ist nichts. Die Emptiness ist das, was ich versuchte, um zu verhindern, Darko zu finden. Ich bin empty seit dem Tag. Ich dachte, dass Revenge... Killing Darko... ...might fülle mich auf ein bisschen. Mithilfe ich mich ein bisschen. Und es hat nicht? Nein. Es hat nicht. Das machte dich glücklich? Natürlich, es machte mich glücklich, aber... ... vielleicht ist das gut für dich. Vielleicht, wenn du wissen, Revenge ist nicht was du für dich, ... du kannst für Fulfillment in anderen Pläten... ... healthy ones. Vielleicht. 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 Ich weiß nicht. Jo. Schweigende Ruhe, Mordo. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da noch spielen muss, dass ich äh... ...durch bin. Ich meine, ich bin schon relativ weit, aber wie weit... ...weiß ich gerade gar nicht mehr. Menü nachgucken. ... ... ... ... ... do you want to come in and hang with brucey now i need to be alone thank you for being with me do not mention call me nico the wedding is soon the video so schauen wir mal ganz kurz in statistik ist es glaube hier die fortschritt 59,91 prozent ja okay florian i thought you should know darko is dead he's finally paid for his crimes that's good to know you should let go of it now you have a new life in america forget the past sometimes i think my past is all i got so long you look after yourself okay so do you have no mission anymore why Muss ich irgendjemanden anrufen? Da war er noch. Wie ist der Weg? Irgendwie finde ich es gerade wieder verdammt dunkel. Gut, mein Freundlicher ist auch kaputt, aber... Sieht schon fast so danach aus, als wäre in der anderen Stadt hier... Statt der Hälfte so... Der Strom ausgefallen. Jetzt laden wir langsam die Lichterchen da. In den Gebäuden. Obla. Bin mal gespannt, ob die Karibis... äh... ...durch hält. Oder ob sie gleich kaputt geht. Was ist das hier für ein Stau? Punkt sería schön! Punkt ein Stau, lieuindi! Punkt, kommentar! Punkt, 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 Punkt! Punkt, Punkt,看到 multic ми she supervision. Schönen guten Tag, schauen wir mal an die Zuschauer, die da sind, ja, es sind ja ein paar, scheinbar. Ich hoffe, der Streaming gefällt hier mit großer Autodiebstahl, oder schwerer Autodiebstahl. So, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Ich weiß gar nicht, was ich habe, wie ein großer Diebstahlauto habe ich per Übersetzer. Ich habe mir gerade nicht mehr den Sinn, muss ich selber kurz den Streaming-Titel gucken. Großer Diebstahlauto. Vier. Übersetzung, gemacht, gut. So. Ich finde, ich habe das ganz gut hier gepackt. Hallo, Herr Tisch, ich stehe. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich Freunde habe. Aber Strip Club, ja. Ich habe ein paar Sachen gehört. Ich habe ein paar Sachen gehört. Die Schnurler dahinten leckten mich vom Gespräch an. Denn kein guter Angestellter. Ich brauche Sie, um das H. Ich habe ein paar Russische, die es kaufen. Russische? Ja, Dimitri Raskolor. Mo, wir haben diese drei. Ich weiß, aber das ist real. Ich brauche Sie. Real? Was ist real? Real, weil es Sie? Real, weil es meine letzte Chance ist. Dann gute Glückwunsch. Nein, ich brauche Sie diese Zeit. Ich brauche die Geld. Ich schaufe für Sie. Die Leute wollen Sie schlafen Sie. Ich habe gesagt, nein. Jetzt brauche ich Sie. Und ich brauche viel Geld. Listen, Herr Beggarino. Ich habe schon gesagt, ich habe die Geschichte. Nein! Du bist dumm Immigrant. Ich brauche Sie. Ich sage Ihnen, mach das! Mach das! Mach das, deine Prinzipien. Es sind die Leute nicht grünen. Mach das. Mach das und ich und ich haben einen Problem. Mach das. Schau. Phil schaue dich nach. Du musst nicht mit den Russen sprechen. Bitte warte. Entschuldigung. Okay. Guck mal mal so machen, ja. Schauen wir hier mal ein neues Kfz. Wenn wir hier so eine Familie kusche. Ach Gott hier. Hier ist glaube ich eine Scheibe zu Bruch gegangen. Ich habe ein Problem. Du hast ein Problem. Du hast ein Problem, Nico. Ich komme zu werden. Ich komme zu kommen. Ich komme zu einer Frau für den Rest meiner Leben. Das ist ernst, Roman. Ich habe mich gefragt, für Dmitrii Raskolov wieder. Da könnte viel Geld sein. Ich habe dich auch. Er ist auf einem Boot in East Hook. Was? Du kennst das? Er ist auf dem Boot in East Hook? Ja. Ich habe gehört, du hast ihn vergeben, und wir arbeiten zusammen. Du machst dieses Problem, nicht? Jetzt weiß ich, wo Dmitrii ist. Ich könnte einfach da gehen und ihn weg. Entschuldigung. Du hast du vergessen, dass er dein Apartment in deinem Geschäft hat? Dass er eine bessere Apartment hat? Jetzt habe ich ein besseres Apartment. Und ich habe ein besseres Apartment. Und ich habe ein besseres Apartment, wenn du mit ihm mit ihm werken. Ich werde mich nicht tun. Ich werde mich nicht tun. Ich habe zu denken. Ich spreche später. Ich habe eine Entscheidung, und ich weiß nicht, wer zu sprechen. Was ist deine Wahl, Nico? Es ist ein Mann, der mich in der Vergangenheit hat. Ich habe mich gefragt, mit ihm zu arbeiten. Es könnte sehr profitabel sein, aber es bedeutet, zurückzufinden, wie bei einem Ehre, das ich mir selbst versuche. Du solltest nicht mit ihm arbeiten, Nico. Du brauchst nicht Geld. Was wird es über dein Leben verändern? Ich weiß nicht. Es wird Dinge einfacher machen. Für mich und für Roman. Ich werde dich nicht respektieren, wenn du kompromissst, was du für Geld glaubst, Nico. Auf Wiedersehen. Es ist so beschissen gemacht, weil ich habe eine halbe Million auf meinem Konto. Und ich heue rum wegen Geld. Ich meine, eine halbe Million habe ich auf dem Konto. Ich könnte mir ein scheiß Auto kaufen. Ich könnte mir ein scheiß... Ich könnte mir eine einigermaßen gute Wohnung hier leisten. Ich könnte mir Essen leisten. Ein problemloser, neu anfangen Prinzip. Und ich heue rum wegen Geld. Ich meine, wenn man nicht mal wüsste, auf was man sich hier gerade einlässt, dann würde ich schon fast sagen, wenn man... Es ist ja abzusehen und eigentlich die beste Entscheidung hier, um zu nicht das Geld zu machen. Und wenn man weiß, auf welche Entscheidung es drauf rausläuft, was danach passiert, dann ist man tatsächlich hier mit dem möglicherweise besser dran. Bei immerhin habe ich hier so ein sexy Verbrecher-Auto ausgesucht, um da hin zu fahren. Ich feiere immer noch die Digital-Uhr da hinten. Da habe ich damals schon so übelst gefeiert. Einfach so eine... Da wird große Digital-Uhr rumstehen. Verpässt euch doch! Und jetztCon Ell II, jetzt hab ich jetzt mit einem In 100 Pillen langs, turn left. In 200 Pillen langs, turn left. In 200 Pillen langs, Das ist kein überfahren, weil ich jetzt keinen Bock auf Rollerei. Die fährt nämlich da gerade um die Ecke. Der Typ sah gerade so aus wie so ein Dachdecker. Obwohl GTAs eigentlich so ein bisschen so, muss man ja nicht sagen, auf Jugendamt gesehen hat. Weil hier haben schon so ein paar jüdisch gekleidete Menschen. So. 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 Dann packen Sie die ganze Heroin! Wir besuchen Sie heute Nacht! Immerhin ist es ein schöner Tag heute. Man könnte leise rein, aber das funktioniert hier leider nicht so. Wo steht denn der? Keine Ahnung. Ich muss da vorsichtig rein. Warum habe ich keine Knall? Das ist ein Böse. Ich glaube nicht. Nein, der unten schreit. Der ist nicht böse. Schauen wir den da hin, den Sniper nur mal runter. Tschö! Huch, der hat es aber jetzt verzogen. Ich meine, es steht hier ein bisschen im Mond rum. Das nehmen wir doch hier Lieben gerne mal mit. Ich glaube, wir gehen in den Dukta. Oder deswegen. Der einzigste da oben drauf. Scheinbar, hm? Ja, da... Ich geh da zurück in das Loch. Ich geh da zurück in das Loch. Guck. Guck, don't fuck with me. Direkt er hat Shotgasiert. Der hat mit mir gefuckt. Wir sehen um die Ecke. So weit geht die Knarre nicht. Immer schön, dass er Munition mitnehmen. Dann gehen wir hier hin. Rot auf Ammo. Das ist ganz gut. Ganz für mich. Huch. Hm. Kapitän. 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 immerhin haben sie hier schicke brust laufen muss man ja den lassen ja so ein bisschen für allgemeine ein allgemeines wohlbefinden ist gesorgt oder nach lang irgendwie immer das gefühl ich habe und zu mal romans weiss ich aber die sprache da auch für für das wein der eingesetzt ist eigentlich sollte man so was ja dann nicht mal haben so fahrt die nicht das bett von dem schluchter warte schutzwässer ist es chillig sehr schön was ist das hier ne das fahrt das fahrt was war dein maul jetzt überliegen das fackert so das ist eklig ups oh die 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 la die 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 Oh Komm mal runter Mit ner AK Plastikknarre Komm mal Mama Uh Wir haben einen Intruder auf dem Schiff Der Intruder ist auf dem Schiff Was ist mit einer kleinen Knarre gegen mich? Schlechte Entscheider Der Stücke ist nicht bewacht Oh Was sagen sie auch? Freundliches Stück Scheiße Okay Das ist aber ein großer Hebel Können wir hier rum runter Okay Bin verwirrt woher Hey man No place you can go Ach so Achso sie sind neu gesporned so wie erwartet Gut dann müssen wir heute vorsichtig jetzt hier rum Gut dann müssen wir heute vorsichtig jetzt hier rum Unten Eigentlich hätte ich gar keinen Bock auf vorsichtig Halt Halt Und Boden ist angenehmer für dich Da hinten steht einer Bleiben wir mal weg Und Da hinten steht einer Bleiben wir mal weg Halt Boah jetzt habe ich sie mal weggegeben Die lege scheiße habe ich schmuck drauf Moment Toiletten Ich hoffe auf ihn zu schießen Ich hoffe auf ihn zu schießen Ich habe den Nosen noch nicht ausgeknipsen mit dem Sniper Huhh Lass mich mitspielen Ich bin auch da Ich muss an der anderen Seite rein Irgendwo kommen wir da Ich bin immer Ja für dich vielleicht Time to die Ich bin immer weg Und alle sind top Was? Lass uns Freunde sein Okay Hey Dimitri Ich glaube nicht ich werde dieses Gespräch mit dir machen Wir haben ein anderes Geschäft zu Ende Nico Es ist ein langes Zeit Ich dachte euer Zeit in Amerika hätte dich aufgelöst Ich habe dich aufgelöst Amerika hat nicht alle Servus Schmidi Du kamst in diesem Land Ein schweißes Rot der würde seine Freunde Das ist was du sein wenn du dich aufgelöst Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag Yo Alter Das war jetzt Der Milch ist aufgestattet Ich habe mich aufgelöst Ich habe mich aufgelöst Ich habe mich aufgelöst dich zu töten für so lange Rieskolow Ich habe mich aufgelöst Aber wir sind dann die 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 Ah, das ist ein Maul. Ha! Du wirst noch nie gehen auf und bitte gehen sie rein. Also, was verpasst. Tschüss, Dimitri Liet. Schöne Erechtsregulierung übrigens. Pompe, Kranz, Faux, 280. Wollte ich mal hin? Ja. Mal hinfassen. Pssst. Was denn hier in ein anderer Haus? Bin ich ja noch nie lang gegangen. Also nur so, falls es dich interessiert. Ja, ich spiele gerade das Spiel hier auf 4K. Also, per DSR. Ich habe nur einen 100E-Monitor. Aber per DSR halt ein bisschen hochgeschraubter 4K. Inklusive Kantengleitung. Also, schöner kann es nicht aussehen. Müssen eigentlich überhaupt die Brücke nach unten. Und dann nehme ich hier mein sexy Automobil. und fahre weg. Ich habe nicht in die Lage, das zu tun. Ich habe Dmitri. Es ist vorbei. Er war auf dem Platypus. Der Volk ich in Liberty City aufgekommen. Also, es scheint es enden, wo es begann. Ich glaube, du hast du was, was du hast. Du hast, was du hast. Du hast, du Geld. Du hast, du Geld. Du hast, du Models. Aber Dmitri will nicht wiederhör dich. Ich werde dich sehen, ja? Ich werde dich sehen, Roman. Ich werde dich nehmen. Ich werde dich nehmen. Ich werde dich nehmen. Ich würde aber dann mal ganz gerne irgendwo abspalten. Äh... Direkt darüber. Nicht, dass das Spiel mal wieder meinen Abschnitt zu müssen oder sonstiges. Das wäre schlecht. Ähm... Ja. Begeben wir uns erst einmal dahin. Gucken wir weiter. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nämlich auch richtig dran erinnere. Äh... Steht die Hochzeit an. Und... Mh... Und... Mh... Und... Mh... 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 Ist nicht schlecht, ja? Also... Ähm... Ich befürworte... Was? Auf der nächste an. Mh... 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 in einem... Beschissenen Zeitpunkt dran. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil... Die... Grafikkarten... Die sind so ab und mal teuer! Ich würde gerade keine Empfehlung einen PC zu kaufen. Auch die CPUs sind nicht... Gerade billig. Äh... ziemlich viel Asche in die Hand nehmen um einen benünftigen PC zu haben das ist ein bisschen bisschen blöd weiß nur nicht ob Ryzen oder Intel kommt drauf an also ich würde mir jetzt einen Ryzen kaufen aktuell weil Preis-Leistung passt da einfach das passt da wunderbar und ich habe jetzt zwei Rechner zusammengeschraubt mit einem Ryzen drin die laufen 1a die können alles spielen bis zu 4k hoch gut da ist auch jeweils eine passende Grafikkarte da mit drin aber hups ja ab jetzt ein 7er iMac Zocke damit es nicht so ist es ist Apple was erwartest du also mit den Dingern kann man ja sowieso nicht gescheit zaubern wir sind auch ehrlich gesagt nicht dafür ausgelegt 1600x ist ein guter Anfang kommt halt immer auf dein Budget drauf an was du hast also ich weiß nicht wie viel Geld du hast und ich weiß nicht auswendig immer alle Preise deswegen man muss so ein paar Prioritäten setzen aber ich würde mal ganz kurz so eine Viertelstunde bis 20 Minuten kurz eine Pause einlegen und dann werden wir hier heiraten ja denn ich muss mich mal ganz kurz die Katze kümmern die ist irgendwo noch die immer steckt glaube ich mal wieder raus und dann muss ich mal kurz noch aufs Klo und so deswegen bleib einfach dran und wir werden uns nachher dann noch weiter unterhalten oder mach kurz auch eine Pause und schauen 20 Minuten wieder rein also bis gleich also wie soll ihr morgen um 10 das ist in 18 Minuten drücke ich hier vor dazu nehmen wir aber hier die die gehörige Karte wir gehen noch einen schickeren Anzug auf wir haben hier noch die Zeit die Zeit nehmen wir uns jetzt mal noch kurz so willkommen zu Perseus ich werde heute dein Assistent sein ich werde ganz so einen schwarzen Kaiser oder Krawatte übrigens habe ich 660.000 und beschwöre mich über Geld mag den Angestellten nicht absolut das ist schon so ein bisschen hier gibt es nichts wenn nur noch andere Hosen aber die passen ja nicht mit dem Anzug das ist recht einzelne Karte so viel konnte man dann doch hier nicht machen so viel konnte man dann doch hier nicht machen was sagt denn die Uhr? dann ja dann schleichen wir uns da runter kaufen noch mehr Schutzwesten ich bin voll gegen das Mikrofon Ich habe gerade gesehen, wie Dingens wurde blockiert, die Nachricht war auch noch einmal. Ich werde wohl ein Big Fight Gehäuse nehmen, ein i5-8600 und ein msi-1080. Das ist eigentlich knapp 1450 Euro. Kann man machen, wenn es die normale 1080 ist und keine TI-Variante, dann würde ich sagen, okay, geht noch. Ich müsste jetzt nochmal vergleichen, was ein bisschen besser ist. Weil sonst würde ich tatsächlich, wenn man vernünftig zocken möchte, den 1700X oder normal 1700X versuchen zu verkaufen. Und er ruft um 3.15 Uhr an. Geh ins Bett. Bin dabei, bin ja auch dabei, mich gerade noch eine Schutzweste zu kaufen, weil es so sexy aussieht. Gut, und ja, ob eine M2 rein muss, das bleibt dir überlassen. Weil ich persönlich gehe so eher nach dem Prinzip einer M2, die kann ich mir auch nachkaufen. Ähm, da muss, das muss noch nicht zwingend in einen neuen Rechner. Persönliche Einschätzung, einfach die Ausbeute einer M2 SSD an Geschwindigkeit, je nachdem wie das Gehäuse ausfällt, nicht so zu rechtfertigen ist. Sie werden günstiger, das muss gestehen, ja, sie werden immer preiswerter. Wenn man einen relativ kleinen Rechner baut, dann macht das ganze Sinn. Ähm, weil dann kann man so ein bisschen Platz für eine größere Festplatte mit Datengrab. Ansonsten würde ich tatsächlich eher so auf eine normale SSD sparen, weil die kann dann ein bisschen größer ausfallen, man hat dann ein bisschen mehr Speicherplatz. Was finde ich nicht so verkehrt ist. Aber, da muss man halt selber dann die Prioritäten setzen. Du wolltest nur 1.500 Euro ausgeben, das passt ja gut in meinen Kopfhörer. Ja. Das Gehäuse ist gut, tatsächlich ja. Da habe ich auch einen Rechner mit gebaut. Ähm, das ist schön. Also, äh, es ist simpel aufgebaut. Hm, gut, die Lüftersteuerung habe ich nicht verwendet da. Weil ich, äh, habe das damals so angeschlossen, dass das Board alles steuert. Ähm. Okay, so ist der Radio aus. Ähm. Aber, ich fand es ein schönes Gehäuse. Man kann alles nett verkabeln, es passt alles hinten rum und es sieht dann nachher auch nie so verkehrt aus. Gut, man muss halt dann gucken. Ich habe das gekauft mit dem Rechner ohne die Scheibe. Deswegen, da ging es dann. Da konnte ich auch ein bisschen hässlich das ganze verkabeln. Mal sehen, kann sein, dass ich auch normale Zeugruppe nehme. Schnell sind die Dinger. Ja, eben. Ähm, also, was ich zumindest herausgefunden habe. So, ich habe eine M2, ich habe jetzt zwei Rechner aktuell gehabt mit M2 SSDs. Ähm, der eine, den ich hier bei mir habe als mein normaler Alltags-PC, der hat eine, eine von Toshiba drin und der andere, der hat, der läuft übrigens auch mit einem Horizon CPU, der hat eine Samsung. Ich glaube eine 960 EVO oder sowas. Ähm, der Performance-Boost beim, beim, beim Windows-Booten, den merkt man eigentlich in der Regel nicht. Weil, Windows ist so eine lahme Krücke. Ähm, mit einer SSD hilft man dem schon einiges auf die Sprünge. Aber mit einer M2 dann nicht mehr so. Ähm, was ganz geil ist, ist halt dann natürlich Daten kopieren, so. Oder, wenn man mal was größeres installieren möchte, so, wo relativ viele Daten hat, das geht sehr schnell. Äh, achja, für das ist der ja auch komplett zusammengebaut und getestet. Ich hätte auch Lust auf selber bauen, aber da spare ich dann 50 Euro. 50 Euro gespart oder nicht? Ich meine für 50 Euro, ähm, bekommst du mehr Speicherplatz beispielsweise. Oder, naja, ich müsste jetzt, man müsste gucken, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, beispielsweise so. Ähm, man muss auch sich selbst das ein bisschen einschätzen können, ob man es hinkriegt oder nicht. Also, ich habe jetzt eine Mini-Tutorial-Serie auf meinem Kanal veröffentlicht, da auf meinem YouTube-Kanal, wie man den Rechner eben zusammenbaut. Da ist übrigens das, äh, Big Quiet Case mit drin zu sehen. Ähm, wenn du dich an die Anleitung haltest, geht in der Regel nix schief. Aber man muss selber einschätzen, ob man Sachen, ja, dann selber zusammenbauen möchte, ob man das Werkzeug da hat. Ähm, oder lieber doch nicht, weil man sich das nicht zutraut. Äh, das Warten nervt jetzt ein bisschen. Servus, Panda David. Gern, für Deutsch. Äh, okay, wenn du schon rechnest, zusammengebaut hast, dann ja. Viel hat sich da bisher nicht getan. Die ist immer noch, äh, gleich geblieben, so. Prozessor rein, gucken, dass die Pins nicht verbogen sind. Bisschen Wärmeleitpasse drauf, Kühler drauf. Fertig. RAM reinstecken. Grafikate reinstecken. Strom anschließen. Fertig. So. Also, da hat sich nichts groß verändert. Und, ja gut. Was für mich einmal neu war, waren dann die M2 SSDs. Äh, das mit dem reinstecken. Weil beim einen, beim Rechner, muss man das so reinstecken. Die guckt jetzt so dumm da raus. Das finde ich persönlich nicht so toll gemacht. Ähm. Und beim anderen, auch bei einem Notebook, da muss man die so schief reinstecken und dann nach unten drücken, dann klipst die so rein. Pfff. Äh, hab ich mir kompliziert davor gestellt, als es war. Du stellst ihn fertig zusammen. Kannst du tun. Halte ich nicht davon ab. Immerhin hat man dann auch, äh, falls was wäre und man hat keinen Bock sich damit zu beschäftigen, äh, die Möglichkeit irgendwo zu dem Laden wieder zu gehen und sagen, hey, hör mal, das Ding läuft nicht. So. Wir müssen jetzt geschlagen noch, pass auf, sieben Minuten warten. Ne, nicht sieben Minuten, sechs Minuten. Nun. Ähm. Wir können auch was dummes anstellen haben. Ne? Hat er jetzt echt käsige Vaginas gesagt? Wir können was essen gehen. Wir gehen noch kurz was essen. Bei so einem Frühstück vor der Hochzeit ist sehr wichtig. Guten Tag. Hallo. Willkommen zu Cokingvale. Was kann ich für dich bekommen? Ein Hühnchen. Ja, aber im Eimer. Great. Thanks. Ach, die haben auch Hamburger im Angebot. Auf jeder Suche, also keine. Bye. Läuft fertig, wenn man, wenn man die Festplatte tauschen wollte, ist es extrem aufwendig. Ich bin nie ein Apple-Fan gewesen und ich werde auch nie ein Apple-Fan. Und von dem her, äh, halte ich auch nicht viel von Apple. Ähm. Sag mal. Immer noch reden. Ähm. Aber ja gut, die Fehlersuche. Es kann interessant sein, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und, äh, je nachdem was man auch macht, äh, kann, ähm, kann man, ähm, auch in beruflicher Hinsicht ein bisschen was davon mitnehmen, ja. Und das hat mir tatsächlich auch so zwei-, dreimal, ähm, den Arsch gerettet. Arbeit. So. Von wegen, ja. Kann ich schon das Problem. Das kann man so und so beheben. Geht einfach und schnell. Ähm. Aber wenn, ich hab's auch schon zwei-, dreimal der Fall. Da bin ich absolut nicht auf die Trichter gekommen, was das denn sein könnte. Musste mehrere Stunden tatsächlich mal das Internet befragen und rumprobieren. Und rumprobieren mag ich immer sehr gern. Vor allem, wenn man dann noch andere Hardware dazu ziehen muss. Das geht mir gar nicht. Äh. Um den, den Drecksfehler zu finden. Der Fehler war dann schlussendlich, ich muss nur das BIOS updaten. Nur, bis man mal auf so einen Gedanken gekommen ist, beziehungsweise, wenn der Rechner so weit hatte, dass er irgendwie mal lief. Das war heftig. Warum rufe ich jetzt automatisch katern? Hey, Kate. Ich trage dir Wissen. Ich habe meine Verbindungen mit dem Mann. Ich bin wirklich stolz von dir, Nico. Es muss ja sehr schwer sein, das Geld anrufen und zu Ihren Prinzipien zu stecken. Es war das richtige, was zu tun. Wie kommen Sie zur Romance-Werbung? Kannst du mich anrufen und holen mich da? Ich bin bei meiner Mutter. Bis bald. Amen. Danke. Ihr könnt auch mal früher anrufen. Bitte mach ein Util. Na na. Was? Ja, aber gut. Wie du auch geschrieben hast, ja auch mit Abel Produkte, die sind einfach so unverschämt teuer. Und vor allem, wenn man dann damit spielen möchte. Naja. Ich meine, wenn Apple tatsächlich für meinen Geschmack ein gescheites Betriebssystem entwickeln würde, weil mir das Betriebssystem auch nicht so gefällt und deren Ansicht für Sicherheit. Ja, könnte ich mir das wahrscheinlich durchaus hier auf meinem Rechner installieren, ohne dass ich da große Probleme hätte. Aber... Nö. Ich habe da so langem Apple-Technik-Bereich gearbeitet. Ja, da macht es natürlich Sinn, dass du so ein Apple-Gerät zur Hause hast. Ja, ich habe nun mal so ein Video noch geguckt von einem großen iMac, so mit Neu- und Weka-Grafik und so. Habe ich mir auch gedacht, wer zum Fake kauft sich so ein überteuertes Kack-Ding. Warum gibt es, warum gibt es kleinen Navi in GTA 5? Es gibt einen Navi in GTA 5, nur die Sabbeltanne wurde abgestellt, weil die E-Nerv im Prinzip. Ist zwar cool, die Zeit war es ein bisschen doof. Ähm, hast du Bock mal GTA 4 und Multiplayer, dann könnten wir mitspielen gerade hier sind? Äh, nein, GTA 4 Multiplayer funktionieren nicht mehr so gescheit wie es soll. Ähm, da haben sie ja mal einen Hahn zugedreht, deswegen, äh, tut mir leid, das geht leider nicht. Aber du bist ein schwerer Mann mit einem Todeswirk. Ein thiebend, murdend, drugdealerer Idiot. Denkst du, du kannst einfach weg von all das gehen? Ich kann versuchen. Guten Glück, Nico. Ich hoffe wirklich, du kannst weg. Aber du denkst, die Männer, die du mitgebracht hast, werden dich einfach weg und in die Sonne gehen? Die werden sie haben. Ich dachte, dass wenn du die Arbeit machst, die du machst, dass die Leute ihre Hüfte in dich bekommen haben, und dann gibt es kein Weg raus. Ich war gut, ich war ein normaler Junge. Ich war ein normaler Junge, das war er nicht glaubt. Er war zu sehen, dass seine Freunde sterben. Er war zu tun, was er nicht wollte, um zu leben. Wenn ich mich in dieser Welt zurückgebracht habe, kann ich mich ausziehen. Ich versuche, dass ich die richtige Entscheidungen gemacht habe. Ich versuche, dass ich mich mit guten Leuten befinden, sondern mit guten Leuten, als du. Guten Leute, wie du. Das muss für etwas sein sein. Sag mal, haben diese guten Leute getötet, von dem du musst, was du tun hast? Hast du dein Freund schon getötet in dein Leben? Vielleicht hast du recht. Roman wurde getötet. Er hat viel verloren wegen mir. Niemand ohne seine gute Naturtheid und optimistischem, hätte ich mich verletzt. Das ist der erste Mal, dass ich mich verletzt habe. und Frau, du kannst die Bride beschenken. Mwah! Yes! Wunderbar! Okay. Yes, I did it! Hey! Ah, yes! Congratulations, Cousine. Thank you, Jackie. Okay. All right, yes, okay. There we go. Yes, we are married. You're married. Oh, you're married. Oh, you're married. Oh, you're married. Oh, you're married. Well, I'm married. You fucking double-crossed immigrant shit. Oh, shit! Get on, get on, get on! Oh, man. Oh, God. Look. Nico. Nico, come on! Oh. Somebody call an ambulance! Was? Call the fucking ambulance! She's dead! What? Oh shit! 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 You told me to leave it. I thought I had. I thought it was over. It's never over, Aya. Nico, you can't blame yourself. Of course I can! She's dead! Easy, easy, easy! You're better, man. Easy. Calm down, man. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. You have to go. We have to leave, man. Just leave. Okay, okay. Damn! I was meant to protect her. Okay. Dumb gelaufen. But better than Roman's dead, because he's just married. So. So. Do you have to leave? There's a new one. Okay, he's dead. That's new. So. 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 Okay. So. Jetzt gibt es ein bisschen bretatatat. Oh man, jetzt kriege ich wegen euch so einen scheiß Kratzer ins Auto, geht ja gar nicht. Ja. Ja. Warum hat jetzt gerade das Navi Bimbo gemacht, wenn ich gerade rausgefahren bin und sollte? Hm. Bimbo. 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 raus und klatscht also jetzt ein da war eine schicke ausgesucht Naja, das würde ich dir nie raten. Du musst tun, was der Bart von dir wird. Er hat dein Leben unter Kontrolle. Warum muss ich denn jetzt unbedingt diese fette, ex-langsame Karrie verwenden? Wobei ich muss erstmal wissen, muss ich ihm nur folgen? Folge, Pecorines, sie fühlen dich zu pennen. Du musst zumindest hier keine Munition verschwenden. Ich finde es immer so geil wie die Bots. Panzer dann drin haben, um Panzermord, und dann die, die, die anderen Verkehrsteilnehmer einfach wegschieben. War nicht so besoffen da vorne. Ich schiebe gar nicht. Er muss hier Falschfahrer spielen und uns wunderbar machen. Ich fühle mich nicht, oder? Natürlich, natürlich, das ist das, was ich fühle. Nico, ich will nicht mit diesem Mann. Ich will nur nicht, dass wir keine unnötigen Risiken nehmen wollen. Warum machen wir das? Roman, das letzte, was ich will, ist, dich auch als König zu verlieren. Ich kann nicht vorstellen, wie ich fühle, wenn ich dich heute verloren habe. Aber Roman, ich will nicht, dass dieses Rieser-Schein gehen. Er bringt uns zurück nach Jimmy Pegorino. Ich habe einen Rieser-Schein-Locer. Ich habe einen Rieser-Schein-Locer. Ich habe eine Rieser-Schein-Locer. Ich bin kein Rieser-Schein-Locer. Er werden das nicht in Drogen gehen gehen. Wir müssen zumalieren! Ich nehme mir weiter gerade zu dem Hauptgelegenen Haus. Am Schluss habe ich zum Teil nicht mehr im Gedächtnis. Ich habe viele Visionen noch im Kopf. Aber zum Teil habe ich Lücken. Ich hätte gerne seine Driftskills. Er kann mit fast Standgas um die Kurven herumdriften. Oh, was ist das für ein Grafikglitsch da hinten im Meer? Ich weiß gar nicht, ob ich den sehen kann. Hoppla. So, basic. Ja. Oh, fahr langsam hier runter, Digga. Guck, was die Karre versenkt. Die Zitterkamera, ja. Die Zitterkamera, ja. Oh, das ist ein Dingens. Ein Verkehrsspoaller. Ah. Aua. Fals. Ich weiß nicht, weil hier ja auch die Sonne gerade so ein bisschen rein scheint. Ich werde auch schon den Krankenwagen wieder fahren. Das bedeutet, gewisse Führer von Kraftfahrzeugen. Zählt ein Motorrad als Kraftfahrzeug? Normalerweise schon, ja. Egal, die haben sich wieder auf die Fresse gelegt. Also es ist schönes Wetter. Und Sonntag. Na komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde ich mit dir beten. Oh, wer trifft� ich da? Wer da? Nachladen. Ist doch auch so ein Böger. Ne, du bist einfach nur ein TV. Ich werde jetzt endlich hinüber. wo war der andere der steht im graben jawohl da geht es rein gut dann was hat mir da noch egal ich habe einen fluchtplan für dich dann zum hemmel okay das ist gut da gibt es nebenher verschiebt da oben ich habe keine chance da komm her ja schon fast ganz gut getan so gibt es auch noch hier rein nein ich habe zum teil die levels nicht so erkundet wie ich hätte sollen an manchen ecken findet man bestimmt wieder irgendwelche easter eggs die man immer noch nicht gefunden hat doch ich muss da hin kommen jetzt wieder seine affen mir entgegen er wird schießen niemand ist gut oh Ich würde irgendwie zweimal checken, ja? Bitte, ich bin schon ein sicker Mann. Scheiße, ich wünschte, ich hätte dich mit der Wettbewerbung. Schade. Oh nein, nicht auf dem Morbid. Ich würde mich nicht wegwerfen. Ich versenke dabei nicht das Morbid. Weil ich hier gerade so saumäßig viel sehe. Sieben nur Folgen? Bitte nicht aufgepasst. Folgebäckerin halte ich an die Küsse. Ich lege ihn nicht. Ich bin schnell. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Was gibt es? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Sie sind weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Was ist das nicht weg? Sie sind weg, oder? Beschleunige, oh ne, ich triff die Rampe nicht Liebe wiederholt leer Taschen Das geht nicht, weil ich hab dann so ne geile Kamera Erstmal speichern, aber äh Hä? Ich hab doch gerade wiederholt leer, was hast du da angekriegt? Wow Was ist das wieder für ein Bug? Ich hoffe ich komm da hoch, dass ich dann immerhin mein Handy rausholen kann, weil es ist scheinbar nicht wasserfest Hier komm ich hoch! Wo ich denn hinkomm Wenn ich jetzt, natürlich muss ich das ganze jetzt auch die Ballerei normal machen Natürlich habe ich auch nicht ein neues Leben dazu bekommen Muss jetzt verdammt aufpassen Muss jetzt verdammt aufpassen Digga Komm mal rein dran hier Komm mal aus dem Weg Der lebt immer noch, ne? Dr.. Der lebt immer noch, ne? Dr.. Ich glaube in dem habe ich doch jetzt dreimal einen mitgegeben Weiter Hey Jamoak! Du bist auf meiner Seite Ich habe mich auf dem Weg Du musst mich nicht schreien, ich bin nur ein altes Schmuck Dier, du Scheiße! Warum lebt der jetzt schon wieder? Ich bin bei mir, Mann Und der andere hier im Graben So Servus an The Animatronics Und Gene Hansen Ja Einer der mal wieder GTA spielt Kennt sich meine Lieblingsmission Ja Wenn die nicht gerade backen würde Weil er gerade eben schon durch So Beim Helikopter Und äh Duft nicht hochklettern Das ist Unter Umständen ein Problem Das ist ein Problem Jacob ist schon lustig aber komisch Jetzt riecht es hier komisch Jetzt riecht es hier komisch Jetzt riecht es komisch Krillt hier jemand oder? Irgendwas Verbrannt Ja Ja Dass du ein Jamalappen bist wismar Lass mich überspringen Oh warte Ich muss noch meinen Da hinten Irgendwo Ja Da hinten schon gesehen Ich habe vor allem Und da nicht mehr so viel Monitoren Ich habe vor allem Wenn ich definitiv eine reine gedrückt Ok doch nicht so Ich kann ja versuchen mal hier weg zu gehen Oh ja Vielleicht die Idee Vielleicht die Idee Oder wie gibt es denn hier? Hier habe ich vorhin einen Knallhart übersehen Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch eine Schutzweste Oder mich ein Leben Wusste gar nicht, dass wir mal hier lang gehen können Das macht Ja 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 Macht es die Sache etwas einfacher Aber wer jetzt so viel geschießt darf ich Nein Ich muss den Hunden nicht rein Wenn den Hunden nicht rein Ich bin da nicht rein Ich bin da nicht rein Ey ich denke komm OH, komm Also muss man doch unten lang. Wow, ich glaube, so oft habe ich die Mission auch noch nie gespielt. Immer. Ich habe wieder kein Leben. Hallo. Beim nächsten Hitmaner schrotze bin ich weg. Ich bin schon wieder leicht eingepisst. Ich habe die Mission siebenmal gespielt. Ja. Das ist dann doch ein paar Mal zu viel, finde ich. Ich muss aber hier mal kurz ein bisschen Munition streuen. Äh, streuen ja, verliegen. Sammeln. So. Ich habe nicht mal mehr wieder Leben. Gut, die Frage hatte ich jetzt nicht so viel. Aber. Das reicht, um aufzugehen. Wenn nur einer dumm kommt. Bleib stehen. Frage ich doch. Muss nur einer dumm kommen. Denkt der bald schon wieder. So, da rum haben wir noch einen. Fall runter. Ich spiele mit Schroti, wenn du Leben hast. Nö, Schroti ist doof. Ich mache keine Schrottfinder in dem Spiel. Wirst du nicht. Wer hat jetzt wieder überlegt? Wir hatten ja eine Panzerklatze. Ich habe ihn gerade in seine dumme Klatze geknallt und er hat überlebt. Bla, bla, wissen wir. Also, ich hoffe, ich kann jetzt die Mission noch gleich machen, weil, dass ich da auf den Helikopter hochkomme. Okay, ich habe ihn auf dem. Okay, ich habe ihn. Oh, okay. Ich habe ihn 50icas an, den man zu haben, die von der Schade auszüge. Ich bin, wenn ich hier sterbe, oder wenn ich hier im Jimmy P. Ich bin nicht zurückgezogen. Ich bin nicht zurückgezogen. Ich bin sicher, dass diese Lacken zu töten. Wer ist denn? Stay down, da. Ich bin wirklich sehr gut. Der Engel ist gut. Der Engel ist gut. Der Engel ist gut. Der Engel ist gut. Möge die Böge! ich glaube die auf dem dach die sind nur so ein bisschen blockvogel dass man nicht über das dach geht auf das bike hoffen wir mal dass ich jetzt da hochklärt an so überhaupt keine lust ist jetzt noch mal zu spielen also er fährt schneller als vorhin habe ich das gefühlt er war sexy gelandet vielleicht war es auch durch dieses verpackte abspringen so kaputt wiederholt leertaste wiederholt alles es geht nicht es geht nicht es geht nicht sorry ich habe keine ahnung was an dem spiel kaputt ist das geht nicht irgendwas stimmt wieder nicht was will ich denn mit einer panzerfaust ich muss an den helikopter hochklettern hat irgendjemand eine gute idee an was das liegen könnte hat jemand irgendeinen plan weil sonst ich habe vorhin auch schon leere tasse gedrückt gehalten das hat nichts gemacht also langsam drücken bringt nichts schnell drücken bringt nichts und halten bringt nichts ich weiß noch nicht ich kann es ja mal mit fausing probieren das hat zumindest in san andreas mal geholfen aber ich habe weil das andere jetzt getriggert wurde muss ich da jetzt hin laufen ich wollte jetzt mit dem taxi dahin du guter sagt du da kommt ein neues nehm ich halt sein taxi wenn er mich umfahren möchte ähm wir haben aber ein alert box zu viel wenn es jetzt gleich mit fausing nicht will dann dann habe ich keine lust mehr ganz ehrlich das sind so fehler wo die 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 erstmal nehmen wir eine alert box aus eine reich nämlich niemand ist hier gekidnappt bla 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 ja, versuchen wir es halt mit Foursing also das Bild könnte jetzt so Foursing Probleme haben also wenn mal so ein paar Striche durchs Bild gehen tut es mir leid, aber können wir leider jetzt nicht unterbinden ähm Pisse ansonsten wer gerade lange weiter hat, die können keine mal die Suchmaschine des Vertrauens befragen nach einer eventuellen Lösung für das Problem vielleicht ist das ja bekannt also ich weiß nur bei GTA San Andreas wo ich das äh vor Weihnachten durchgespielt hatte da gab es das Problem da gab es das Problem wenn ich keinen Foursing genutzt habe dann habe ich sehr viel FPS gehabt die die Physik durcheinander gebracht hatten konnte dann beispielsweise nicht tauchen konnte ähm nicht ging dann ja auch nicht ähm also primär halt das Tauchen aber auch das ich glaub das flieg zeitweise ähm spiel auf Pizzi okay 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 ja 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 schuldig ja das ist ist das es w Na, komm, komm, die Karre habe ich verloren, wobei ich nicht gegen den Verkehr gefahren bin, da habe ich genauso keinen Bock mehr. Naja, auf geht Herr 5 auf, jetzt kriege ich keinen Bock. Das habe ich schon mal durchgespielt, mehrmals. Vielleicht spiele ich es irgendwann mal wieder durch, aber jetzt gerade nicht. Vielleicht im Sommerloch oder so, mal gucken. Wobei ich habe da auch irgendwie mehr Bock tatsächlich auf Tomb Raider, muss ich ehrlich sagen. Vor allem nochmal den Teilhauts 2013. Wobei auch den von 2016, weil ich habe da ja noch den Dingens. War es der Season Pass oder einfach nur eine Erweiterung? Ich weiß es gar nicht mehr. Blablabla, wir wissen alle, Schießerei geht los. Peng, peng, bum, bum, bum. Du darfst dich auch gelockt haben. Dann haben wir wieder die Musels am Start. Gut, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keinen so riesen Bock mehr, deswegen... Natürlich. 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 Ihr habt alle gesehen, dieses Scheiß-Wadenkreuz ging drüber. Immerhin ist Tank. Tank gefällt mir besser. Diese Steuerung ab und zu, ja. Steht doch einfach auf. Jetzt. Jetzt. Hey, den anderen habe ich doch schon abgeschaffen. Er hat noch ein Futzelchen liegen. Das darf nicht wahr sein. Nein, ich kann jetzt nicht die alternative dritte N-Vision spielen. Wenn es sich interessiert, was da passiert, gehen wir auf YouTube und zieh die Lava rein. Wir spielen jetzt GTA 4. Wir versuchen irgendwie ansatzweise diese Mission hier zu schaffen. Aber da er scheinbar Bugs hat und ich gleich keine Moon, muss ich meine Waffe wechseln. Bin ich, glaube ich, relativ schnell fertig mit dem Spiel. Ich krieg doch einfach kurz den Kopf raus, damit ich dir eine mitgeben kann. Meine Waffe wechseln. Wir haben ja übrig geblieben, außerdem noch im Loch. Der im Loch hat wieder überlebt. Nein, das ist ein anderer. Erhüpfen freiwillig deinen. Ich merke auch gerade, den Team-Speak auf der anderen Seite, wo ich sowieso schon gemütet bin. Warum hast du keine Panzerfaust? Wieso sollte ich eine Panzerfaust nutzen? Eine Panzerfaust, da ist ja gerade gar nicht so, was passiert. Außerdem muss ich ja den Helikopter nicht zerstören. Ich muss ja, ähm, auf den Helikopter drauf und dann das Boot zerstören. Wenn der Panzerfaust, mache ich die Mission nur wieder kaputt, von dem her. Das lohnt sich gar nicht. Panzerfaust ist ein lustiges Spielzeug, aber ziemlich sinnfreie Mission. Ich bin ja direkt in die Mission wieder reingekommen. Das finde ich auch frech, weil es wird ja nicht mal mehr viel Munition mitgegeben. Ich hatte ja auch zum Beginn der Mission, hatte ich Schutzweste. Ich hatte ja am Anfang ja angefangen, aber ich auch nicht mehr. Ich habe ja gar nicht mehr so viel ab wie hier runter, wie ich erwartet hätte. Ich hatte mehr Damage erwartet beim runterfallen. Ja, das ist echt getriggert, wenn man übers Dach geht, dass das nicht geht. So, er bolzt auch das Boot um mit Fausik. Das Schwimgewehr ist auch krank, ja. Aber da habe ich jetzt gerade keine Munition mehr gehabt, deswegen habe ich die, die müssen beiseite legen. Wobei, die kleine MP, die gefällt mir halt auch ziemlich gut. Geht mal aus dem Weg hier. Also ich merke schon, es ruckelt hier jetzt durch Fausik. Boah, egal wie ich da drauf war. Geht mal aus dem Weg. kommt mal aus dem Weg. Kommt mal endlich Abilju. Du kannst es Carniert gemacht. K childrenjоде. Kommt mal endlich Abiljuși. Twitter. Tunc! Aufsch Harris selling West Health Mama Outside